Also ich möchte an dieser Stelle anbringen, dass Österreich neutral ist, aber um die Neutralität von euch auch natürlich langfristig zu unterstützen, haben wir in den Bau von mehr Waffen investiert. Sollte jemand also Waffen kaufen wollen, Österreich kann liefern. Noch haben wir keine Aufstände. Die Radikalen haben sich, sie stagnieren. Achso, ich weiß was passiert. Ich greife aus Versehen an. Das heißt, du stiehlst uns gerade die Kleidung, die wir selber brauchen. Aber das ist völlig fein. Also wir haben ja, ich würde es einfach höher versteuern. Lass mich gucken, wie teuer ist meine Kleidung gerade. Boah, ich meine Kleidung selber, also mein Kleidungsmarkt ist selber am Arsch. Ich habe 37 Grad auf Kleidung, also plus 24 Prozent zum Durchschnitt. Ist ja auch nicht besser. Aber weil es bei uns noch viel teurer ist, lohnt sich sogar ein Import. Frage, kann jemand, der oben an den Fischen wohnt, mal ein bisschen mehr Fischerei machen im preußischen Markt? Weil die Lebensmittelfabriken sind deswegen sehr ineffizient. Wo kann ich denn den Zoll machen? Fisch? Sag mal kurz. Ach, ich mache wieder Forschung. Kann ich irgendwas mit Kleidung erforschen gerade? In meinem Modus operandi schon. Du meinst, wenn man auf, nee, Backpulver? Oder wo bist du? Ah, Konserven. Ah, verstehe. Konserven, ja. Ich habe die Zeit mit Kleidung. Ich weiß nicht mehr. Warum? Ja, weil jetzt Russland dabei ist. Genau. Verdammt. LinkedIn Intellektuellen sind nicht mehr Teil der Regierung. Du kannst immer noch zurückziehen in der letzten Phase. Da kommst du drauf. Ja. Die Frage ist, ich meine, Russland, bis die hier sind, das dauert ja. Ich erobere ja Hessen einfach total schnell. Aber das reicht ja noch nicht. Du hast ja gesehen, dass du jetzt da noch ewig warten musst, ehe das runter geht. Wir probieren das. Aufgeben kann man immer noch. Ah. Das stimmt. Aber da müsstest keine Kriegsreparationszahlen. Du musst jetzt einfach nur... Wenn ich jetzt nachgebe... Ah. Nur das Hauptkriegsziel wird erfüllt. Nee, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut, dass die nicht mehr Teil der Regierung sind. Nein. Nein, aufgeben tut man nicht. Nein. Weil ich die brauche. Wir holen uns jetzt ganz schnell Hessen. Und kriegen dann die Kriegsmüdigkeit, weil wir das Kriegsziel kontrollieren. Ja, das... Ja. Selbst Meckelblut Striditz hat Neutralität erklärt, weil sie damit nichts zu schaffen haben wollen. Ach, ganz im Ernst. Wie sollen denn bitte schön die Russen nach Bayern kommen? Da müsste ja tatsächlich Preußen die Tore öffnen. Oder Österreich. Ja, das stimmt. Das ist auch... Ich weiß gar nicht, wie das ist. Eben, bis die hier sind, haben wir Hessen erobert. Kommt. Generäle vorwärts. Die fahren den Rhein hoch und dann wechseln sie auf die... Also ich... Es ist tatsächlich so, dass die das unter Umständen gar nicht können, ne? Wenn da nämlich komplette Exklaven-Situation ist. Ich konnte ja deswegen auch nicht raus aus Württemberg, als sie dann bei St. Petersburg gekämpft haben. Das ist interessant, ja. Aber es gibt die diplomatische Möglichkeit, irgendwie so Durchmarsch zu geben, ne? Oder zu fordern. Ne, wir holen jetzt einfach hier direkt Hessen. Wir greifen an zwei Fronten an. Es gibt tatsächlich gar keine Front, wo die Russen gerade sind. Ja, dann hast du Glück gehabt. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ha! Ja, das gehört auch ein bisschen dazu, dass man so eine Kriegssituation jenseits der, äh... Ja, das ist... Der Zahlen analysiert. Das ist egal. Das ist der Vorteil, äh, sag ich mal, der Hafen... Was genau soll ich mit dem Hafen machen, habt ihr gesagt? Weil bei mir nicht, da können die Russen einfach anlanden. Ich soll... Ja, die... Jetzt können wir auch Konserven für Lebensmittelverbrücken benutzen. Was soll ich mit dem machen, habt ihr gesagt? Sehr schön. Mhm. Wobei es kostet mich nur extrem viel. Tatsächlich, das ist gar kein Vorteil, weil Eisen so teuer ist. Und Fisch auch. Also, ich kann Fisch... Also, das Problem ist, Leute, ich brauche eineinhalb Jahre, um irgendwas zu bauen. Und... Ich werde jetzt hier nicht... Dann baue ich lieber irgendwo, wo es plus 40% teuer ist, als plus 20%. Das ist richtig. Ja, aber Preußen hat doch auch so eine riesige... Also, der auch... Ein Protokoll hat seine Art von autonomen Klienten tellern, dass allein... Ein Land kann darum bitten oder gebeten werden, ein Protokoll hat unter einem Souverän zu werden, ohne dass das Risiko eines Krieges besteht, falls das Angebot ausgeschlagen wird. Für Lebensmittel? Ich bin ganz eurer Meinung. Was wolltet ihr haben? Leider fehlen mir irgendwie 1,5 Millionen aus der Vergangenheit, die das so ein bisschen gestoppt haben. Ach so, die... Ja, ich verstehe. Ich weiß nicht, was ihr haben wolltet. Okay, das ist gut. Und Arbeitskräfte, die gestorben sind. Aber egal. Ist das das, was ihr meint? Ich will nur kurz vermelden, dass wir tatsächlich ganz Hessen erobert haben. Und dabei nur 593 gute Bayern verloren haben. Also... Ähm... Also... Und es gibt jetzt keine Front mehr für die Russen, wo sie irgendwie... Ich darf nicht, dass das geht, oder? Stress machen können. Nee, das reicht trotzdem nicht. Es sind 1160... 1760 Hessen sind gestorben. Ähm... Ich weiß nicht mehr, oder? 1,76k, das sind 176.000, oder? Ja, viele Hessen, wenig Bayern. Nee, das ist mir zu riskant. Was auch immer ihr mir da versucht einzureden. Das ist mir... Das ist mir viel zu riskant, was mir hier eingeredet wird. Wir sind gerade dabei, ein bisschen Ruhe hier reinzubringen. Und ihr... Mein Chat möchte schon wieder alles brennen sehen. Ich sehe das doch. Das ist mir viel zu viel. Ähm... So. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Das schaut gut aus. Pragmatische Mitglieder in der Interessensgruppe, die der Verabschiedung eines Gesetzes derzeit kritisch gegenüberstehen, haben angeboten, ihre Haltung zu ändern, sofort man ihnen gewisse politische Zugeständnisse macht. Letzteres wäre allerdings bei einer anderen Interessensgruppe nicht gerade beliebt. Ähm... Lassen wir uns auf Forderungen ein, dieses gemäßes Gesetz muss verabschiedet werden. Das heißt, dann sind die Streitkräfte nicht ganz glücklich, aber die sind allgemein sehr treu. Ähm... Das heißt, wir machen das. Wenn die uns dafür unterstützen, finde ich das cool, weil uns bei uns... Also die... Die Streitkräfte sind ultra loyal gerade. Deswegen ist das völlig fein. Und wenn die dadurch ein bisschen weniger sauer sind und uns da unterstützen, dann ist das ganz gut. Ähm... Damit wir die Nationalgarde durchbekommen, die wir unbedingt haben wollten. Okay. Ähm... Was haben wir hier? B-b-b-b-b-b... Ja, Preußen hasst mich. Das liegt aber an Ranger. Dafür kann ich nichts, dass Preußen mich hasst. Der hatte so ein Event und hat deswegen gesagt, alles klar, wir hassen sie. Also Regierungsverwaltung geht weiter hoch. Eisenminen werden gebaut. Das ist auch gut. Ähm... Was bringt nochmal die Nationalgarde? Die Nationalgarde. Wir kriegen quasi ein Amt für Inneres. Wir haben bis jetzt noch kein Amt für Inneres. Gar nichts. Und wir holen die Nationalgarde. Ähm... Die macht Bürokratiekosten des Todes. Aber dafür haben wir Fortschrittstempo von... Also minus 10% Fortschrittstempo von Revolution und Sezessionen. Minus 5% Protestbewegungsradikalität. Und wir können Bataillone mobilisieren. Also... Sollten es zu Aufständen von unseren Radikalen kommen, hätten wir damit zumindest eine Antwort, die wir dann umsetzen können, um zu verhindern, dass... ähm... uns Leute... ja... ne... am Arsch gehen. Das war meine zweite Antwort oder Überlegung wegen den Radikalen, die wir halt immer noch massig dazu bekommen. Die Diskriminierung ist immer noch unser größtes Problem gerade. Kannst du aufhören, das zu spammen, Konterfrei? Dankeschön. So... Ich werde den Preußen nicht die Russen vorbeischicken. Wenn ich das mache, bin ich tot. Ich bin nicht stabil genug, was das angeht. Wir fallen leider gerade auch in der Weltrangliste nach unten ab. Was mich sehr unglücklich macht. Aber das ist okay. Okay. Ähm... Hier... gehen die Rücklagen wieder hoch. Das ist auch völlig fein. Wir warten jetzt erst mal darauf, dass das hier fertig gebaut wird. Das ist, glaube ich, das Nächste, was wir brauchen könnten. Unser Minus ist auch nicht mehr so groß. Das macht mich persönlich sehr, sehr glücklich. Und, ähm... Eirisch-Russland wird gefordert. Ich weiß nicht, ob das, ähm... Das klingt nach einem Plan. Das hört sich nicht so klangvoll an, muss ich sagen, oder? Bayerisch-Russland. Achso, ich dachte gerade russisches Bayern, habe ich gedacht. Nee, Bayerisch-Russland, finde ich, klingt doch... Hm... Das ist doch nicht das Schlechteste eigentlich. Äh, bitte? Russland hat viel Land für viel Hopfen, Gerste und Weizen, für viel Freibier, wird geschrieben. Wir brauchen ganz dringend mehr Kleidung. Wie kann ich denn jetzt... Also ich habe ja jetzt Handelsgruppen, das wird ja exportiert oder importiert. Wie kann ich denn die Steuern vom Zoll erhöhen? Also, wo habe ich denn Zugriff darauf, dass ich quasi Zollpreise erhöhe? Ich will es nur mal pro forma fragen, weil es für mich jetzt gar nicht so wichtig ist, ähm, man... Ich will dich grad vielleicht drei stellen. Also, ich hab da jetzt kein Thema... Können wir gerne machen. Von meiner Seite aus, ja, ich bin eh verzweifelt. Ja, ja. Dann machen wir das. Wie läuft's? Erzähl mal ein bisschen. Kann ich von dir irgendwie helfen? Nee, ich hab einfach... Also, es ist einfach riesig. Es ist einfach absolut riesig. Es wird... Sehr langsam. Ich bin einfach nur sehr, sehr dankbar, dass ihr von außen nicht auch noch Stress macht, weil ich das Gefühl habe, der interne Stress von Österreich ist groß genug. Ähm... Aber es wird. Also, es wird... Stückchenweise... Mein Chat versucht mich seit einer Stunde dazu zu motivieren, den Russen den Einmarsch durch Österreich zu erlauben, um Preußen zu ärgern. Ich wehre mich. Äh... Ich weiß nicht genau, Ranger, warum du meinen Chat so verärgert hast, oder was da so über die ganzen anderen Chats verläuft, aber... offensichtlich... finden sie das ganz lustig. Wir halten nur das Gleichgewicht. Mhm. Diese Halunken... Aber es läuft, es läuft. Aber ich glaube, wenn ich jetzt auch noch Krieg hätte, dann wäre jetzt... Also, dann würde ich gar nicht mehr von und hinten klarkommen. Aber es macht sehr, sehr viel Spaß. Also, es ist... Es ist... Ich hab das Gefühl, langsam kommt der... Langsam checkt mein Gehirn nachhaltig, was wir tun. Das ist schön. Also, ich beneide dich auch gar nicht, Pia, ne? Bitte? Was das angeht. Ich beneide dich da gar nicht, weil, äh... Ich hab, glaub ich, zehn Stunden voller Verwirrung zugebracht in dem Spiel. Und ich bin echt beeindruckt, wie du, äh, das hier machst. Also, allein die Tatsache, dass das Land existiert, fordert mir Respekt ab. Dass Österreich noch existiert, meinst du? Ja, aber ich hab nämlich... Aber wir sind halt schon... Wir sind schon nach Rang sechs gedroppt, ne? Also, zwischenzeitlich war Preußen kurz oben, dann wieder, ne? Und ich dachte, oh, ich halte mich und jetzt... Oh, wir sind wieder Rang fünf! Fuck you, Amerika! Aber in dem Paradox-Spiel. Pia, ich hab mein erstes Spiel mit Belgien gemacht, und das hat nur zwei Staaten. Und ich hab's an die Wand gefahren bei meinem ersten Spiel. Das ist sehr charmant. Dankeschön. Ja, ich... Ich hoffe einfach, dass ich gegen die USA hier noch... Also, gegen Preußen, das glaub ich gar nicht, dass ich das schaffe. Aber das mit den USA ist grad ein großes Hin und Her. Wir schaffen das. Wir kämpfen uns wieder zurück nach oben. Wir haben jetzt bald eine Nationalgarde. Ist doch auch was Schönes. Ja, aber der preußische Markt ist auch nicht so stabil, dass das Bruttoinlandsprodukt wahrscheinlich lange oben bleiben wird. Weil die ja alle aus meinem Markt rauskaufen. Hannover. Mein BIP ist nicht das... Oh doch, mein BIP ist auch das Problem. Holy shit. Wie viele Sachen kaufst du bei mir aus meinem Markt? Ich hab dich schon subventioniert. Alles gut. Äh, nicht subventioniert. Doch, ich hab dir Geld gegeben. Hier, bitteschön. Voll süß für den Map, dass er das gesagt hat. Das ist echt lieb. Rapia, du sagst, wenn man dir irgendwie Support geben kann, ne? Ich bin natürlich nicht wirklich relevant, glaube ich, im Anbetracht der Größe von Österreich. Aber ich fühle mich dir als katholischer Monarch natürlich sehr verbunden. Du, alles super. Also, actually. Ich, äh, mir geht's fein. Ich bin wirklich, wie gesagt, einfach glücklich, dass ich nicht noch Kriege zu kämpfen hab gerade. Weil ich glaube, sonst wär's echt zu viel von allem. Aber, ähm, es wird langsam. Also, Chat hilft manchmal mehr, manchmal weniger, so wie man's kennt. Der Twitch-Chat gibt und nimmt. Man kennt es, ja. Ja. Und es ist völlig fein. Äh, es ist übel geil. Also, ich, ich, ich bin völlig zufrieden. Ich lausche euch bei euren Intrigen. Und mein großes Ziel ist, nicht zu zerfallen. Und wenn ich das schaffe, bin ich glücklich. Da schließe ich mich genau gleich an. Ja. Also, ja. Aber es wird. Also, es ist genau das, was die RP jetzt vorhin gemeint hat. Und ich hab auch das Gefühl, dass das jetzt immer, immer quasi besser wird. Es kommen die Verbindungen einfach, wo du erkennst, aha, ja gut. Das kannst du mit dem jetzt dagegen steuern und so weiter. Und das hängt mit dem zusammen. Also, es wird, es wird. Ähm, die Schokolade wird noch ein bisschen brauchen, bis sie in euren Ländern eintrifft. Aber in der Zwischenzeit, hab ich ja gehört, gibt's ja sowieso Freibier. Das mit dem Zoll hab ich noch nicht verstanden. Nein. Wie mach ich das mit dem Zoll? Eben. Also, ich hab hier Bauwagen und so weiter. Das ist ja alles nochmal was anderes, was hier gemacht wird. Mir wird im Chat geschrieben, ich bin Hesse, aber eigentlich gut, dass Bayern Hessen eingenommen hat. Bayern hat mehr Feiertage. Wie kann ich... Freiheit ist, ja, ist Auslegungssache. Ja. Bei den Handelsrutschen. Ich dachte, beim Etat wird das gemacht. Es war tatsächlich... Ich hab eine Frage an meine preußischen Marktkollegen. Baut eigentlich irgendjemand Werkzeuge? Ja, ja, da steht der Zoll als Spalte. Ich glaub ich ein bisschen, aber... Ich glaub ich ein bisschen, aber... Ich glaub ich ein bisschen, aber... Ich kann ihn nicht erhöhen. Doch, doch, wir machen da sehr viel Profit. Ich sollte vielleicht mal da bisschen mehr machen. Das wäre nämlich total toll, weil wir haben da nämlich einen Malus von 483 auf dem Markt. Ja, ich muss auch allmählich tatsächlich mal wieder ein paar Sachen bauen, die die Freibierproduktion finanzieren. Hier steht mir da nur Import und Nachdings, aber da steht mir auch nichts über den Zoll. Bürokratie kümmern, um meine neuen Gebiete in Bayerisch Hessen verwalten zu können. Nee, nee, das ist nur Exporte und Importe, was ermutigt wird. Das ist nochmal was anderes. Ich... 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 Ich hab ja... Wir importieren halt selber. Gerade. Leute, wo kann ich denn die Höhe des Zolls anpassen? Ähm... ... in Handelsrouten. Äh, da gehst du über Markt, mittlere Reite, Handelsrouten. Ja. Dann kannst du es für jedes Produkt... Ähm, da steht so rechts quasi so drei Buttons. Das ist der mittlere Bereich ist... Ja, es hat unterschiedliche Auswirkungen, je nach deiner Handelspolitik. Aber da kannst du eher Importzölle oder Exportzölle... Ah, okay. Das in der Mitte ist also quasi entspannt und wenn ich es dann nach rechts drücke, dann ist das... Ich dachte, das besagt mir, ob ich den Import und den Export ermögliche, aber dann... Das erhöht gerade nur die Preise oder reduziert die Preise. Also wenn du... Ja, einen Exportzoll machst, dann... Wenn jemand von dir aus dem Markt was kaufen will, macht er das für den teurer. Verbietet das halt nicht. Mhm. Die Preise sind nur für den teurer und dann schützt du deinen Markt ein bisschen. War jetzt tatsächlich auch smart, jetzt noch Hessen zu erobern. Geil. Das gilt jetzt als ein Gebiet mit Frankfurt, wo ich ja schon die ganzen Manöver gestartet habe, wie die Inkorporierung und das wurde jetzt der Fortschritt, wurde da jetzt mit übernommen, dass jetzt quasi die Inkorporierung von Hessen als Ganzes mit passiert. Entschuldigung, ich habe ganz kurz Pause gedrückt. Ich habe so ein Event, das in fünf Sekunden abläuft. Ich habe... Ich muss das ganz kurz lesen. I'm sorry. Ich drücke gleich wieder Start. Kein Problem. Übrigens... Er hat ein persönliches Interesse davon im Gesetzeswerteidigung und beschlossen, das Vorrecht zu nutzen, um dafür zu sorgen, dass das Gesetz verabschiedet wird. Wir versuchen nun von der Autokratie wegzukommen, aber wir sind vorsichtig. Wir gehen erstmal nur auf Grundbesitzerwahlen. Was machen wir? Man muss es ja nicht übertreiben. Man muss es wahrlich nicht übertreiben. So. Okay, damit haben wir das jetzt auch. Es wird zumindest stückchenweise jetzt damit. Unser Minus ist auch gar nicht mehr so krass am Arsch. Aber unsere Radikalen gehen grad wieder ein bisschen hoch. Das ist nicht so schön gerade. So, ich habe währenddessen mal den Preußischen Markt so geregelt, dass wir im Überfülle Holz haben wenigstens. Das klingt gut. Das klingt gut. Ja, stimmt. Beim Eisen sollten wir auch auf jeden Fall die Exportzölle noch ein bisschen anheben. Das ist gut. Das ist sehr gut, weil ich arbeite gerade an der Möbel. Und den Markt ein bisschen zu schützen. Dankeschön, Jalila, vielen Dank für die 24 Monate. Also ich muss ja mal sagen, ich finde es auch cool, dass man hier Multiclayer dann auch sich auf dem Markt einfach absprechen kann wie in Preußen und gemeinsam Produktion einfach aufbauen kann. Mit Papier wird, glaube ich, eh nicht von mir gezogen. Ja, das ist mir auch was besonderes. Also, Papier hat sich der Markt auch wieder richtig gut beruhigt. Lebensmittel ist noch richtig hart am Arsch. Kohle ist auch krass teuer hier bei uns. Leute, Katastrophe. Eine Molasseflut hat in einer Destille zugeschlagen. Wenn ich jetzt für Arbeiterwohl bin, halbiere ich meine Bierproduktion für fünf Jahre. Ja, das kann nicht sein. Eine Tragödie kann den Fortschritt nicht aufhalten. Das werden wir nicht überleben. Dankeschön. Es müssen Opfer erbracht werden. Ja. Haben wir ein paar Radikale vielleicht. Dankeschön. Aber ich kann ja nicht... Können wir einen Frust in Bier ertränken, oder? Ja, eben. Ja, richtig. 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 Ich kann doch jetzt nicht. Meine sorgsam aufgebauten Produktionskapazitäten, das geht ja nicht. Das ist ja... Also, ich bin ja nicht direkt ich, oder? Also, das ist ja ein Krakau. Was mich hier zutiefst frustriert ist, dass mein oller Herzog... Achso, ja, dass ich nichts baue, das weiß ich schon. Aber ich... Ich bin nicht so schnell. Also im Preußen, ja. Ich war nur verwirrt. Weil er... Zu den Gutsbesitzern gehört. Mein Chat gesagt hat, ah... Ich will quasi die Regierung reformieren. So, und wir wollen... Es ist schwierig, wenn man die Interessen ausschmeißt. Noch eine zweite Kleidungsgeschichte bauen. Ich verstehe. Und wir wollen... Und wir wollen... Aufri heißt er dann. Ja, und... Aber ich weiß nicht, wie alt er noch werden will. 88. Der behindert jetzt quasi die politische Liberalisierung. Finde ich ein schön klassisches Szenario. Ja. Die alte Generation weigert sich, einfach weg zu sterben, um dem Fortschritt Platz zu machen. Und... Ja. Deswegen, ja. Blöd, ne? Mehr Eisen ist ganz wichtig. Mehr Eisen ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann gehen wir auf Bildung. Müssen Stadtzentren eigentlich auch selbst ausgebaut werden? Oder kommen die mit der Zeit einfach dazu? Die kommen mit der Zeit dazu. Mhm. Das läuft über Urbanisierung. Ja. Das heißt, immer für 100 Urbanisierungspunkte... So, wenn ich das jetzt subventioniere... Warum... Und Urbanisierung bekommst du im Prinzip mit jedem... Ist das so am Arsch da springen. Das ist beim Ausbau, was das jeweils bringt. Unter dem Gut, was es produziert wird, steht die Urbanisierung. Mein treuer bayerischer König... Mir fehlt Papier, ne? Oh, hat jemand drüber geradet gerade? Oder woher kommt das gerade? Ich bin so überfordert. Dankeschön, Levinscat, für den Primestub übrigens auch. Dankeschön. Ich hab keine Meldung dafür gerade. Das ist ja irgendwie nachvollziehbar, ne? Und Diamonds kenn ich. Ah, Holla hat geradet. Dankeschön für den Raid. Hallöchen. Was gab's bei euch? Was macht ihr? Vielen, vielen lieben Dank für den Raid. Gefällt mir. Wir brauchen noch so viel mehr Schwefel, ne? Wir brauchen einfach unendlich mehr Schwefel. Das ist die Magie hinter allem. Damit wir mehr Papier haben. Damit dann alles andere anläuft. Schwefel, Schwefel, Schwefel. Schwefel, Schwefel, Schwefel. Was habt ihr gemacht, Holla? Und Dankeschön nochmal für den Raid. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Nur Proteto. Okay, krass. Krasse Geschichte. Aber hey Leute, wir sind wieder Rang 5. Wir sind wieder Rang 5. Rang 5 gerade. Es ist beautiful. So. Ich würde gerne in Graz eine Uni auch bauen. Ich weiß, Graz ist nicht so groß. Und vielleicht... Was ist denn so eine richtig wichtige Stadt nicht in Österreich? Also im heutigen Österreich. Wo wir rein fördern könnten. In Nagiwarat könnten wir... Oder in Zagreb. Oh, ich liebe Zagreb. Budapest, Prag könnten wir auch machen. Budapest könnten wir auch pushen. Auf jeden Fall. Was wollen wir denn haben? Das ist schlecht. Split ist wunderschön, by the way. Dann lasst uns Budapest pushen. Dann lasst uns Budapest... Budapest. Budapest. Als nächstes ein bisschen pushen. Ähm... In unseren Entwicklungen, um da auch ein bisschen reinzuknallen. Das heißt, wir wollen in Budapest eine Universität bauen. Damit da auch ein bisschen mehr quasi in die Richtung gebaut wird. Ähm... Und ein bisschen gepusht wird. Und ähm... Die dann auch subventionieren. Ähm... Damit die da... Ein bisschen... Damit's dir ein bisschen Wäscher geht auch. Hallo, ich musste kurz pausieren, weil irgendwie Frankreich mich gerade in seine Zollunion will. Und dafür eine Verpflichtung einfordert. Ich muss kurz mal durchchecken, was das bedeutet. So, und da sind wir jetzt bei dem Punkt von wegen Verpflichtung. Das ist mein Problem, ne? Sie machen ja nur plus 30 Beziehungen. Nee, ich hab ja vorher schon gesagt, dass ich da glaube, dass du recht hast. Deswegen will ich nur gerade, ähm... Ich wollte gar nicht recht haben. Ich wollte nur... Ah... Ich hab schon einen gesehen, Steinwallen. Ich hab schon einen gesehen, das wusste ich nicht. Ich hatte es nämlich vorher mir auch durchgelesen, aber es war halt... Also... Städte erhöhen. Hab ich gar nicht mitbekommen. Ich hatte sie bei Frankfurt geholt. Ähm... Was, denke ich, halt Verschwendung war. Oh... Ja, man weiß ja immer nicht, was die anderen sich holen, ne? Ich dachte, dann holen die wieder... Das ist mir cool. Aber da verbrauchen wir auch mehr Kohle noch. Aber genau, also wenn ich das jetzt nicht mache... Aber das können wir ja hin. Stark reduzierte Beziehungen zu dem Land, reduzierte Beziehungen zu allen anderen Ländern, denen deine Verpflichtung schulden, was aber grad niemand ist. Das steigern wir ja gerade langsam an. Und, äh, reduziertes Prestige. Das heißt, mein, mein Weg von der kleinen zur Mittelmacht. Aber da bin ich eh weit weg von. Äh, also es ist gar nicht so schlimm. Aber man sollte es doch nicht leichtfertig machen, tatsächlich. Ähm... Weil ich will natürlich... Das haben wir uns geändert. In der frühen Version war es so, dass man richtig gezwungen werden konnte. Das fand ich auch ein bisschen zu krass. Okay. Ja, stimmt. Ich würde echt gerne meine Intellektuellen wieder bei mir haben. Also ich werde es auch ablehnen, weil mein Freibiermarkt ist ja hier. Aber die finden das alles scheiße, was wir machen. Aber... Was würden die denn mögen? Wir wollten nur mal kurz durchchecken, was das für mich bedeutet. Wir wollen Meinungsfreiheit, Eigentumsrecht, garantierte Freiheitsrechte... Beußen, sag mal, hast du gerade unfassbare Unmengen... Öffentliche Schulen und Privatschulen, das haben wir auch. Ähm... Hannover? Frankreich? Ich Hannover. Was haben wir denn für Schulen gerade? Das war's abgebrochen. Ja gut. Wir haben öffentliche Schulen, damit sind die ja zufrieden. Ich habe das Problem, dass ich halt Möbelfabriken gebaut habe, als der Preis noch extrem hoch war. Ähm... Ich glaube, das wird in Österreich nichts mehr mit den Intellektuellen. Dafür ist das Land so instabil. Ziemlich sicher, ja. Ziemlich, ziemlich sicher. Vielleicht kann man auch den Export kurz mal stoppen und dann nochmal neu starten. Das ist eine Handelsstufe der Stufe 14. Ja, das ist wirklich mega. Das sind 700 Möbel oder so. Genau, 900 haben wir fast dadurch. Wenn ich die Grundschulpflicht einfügen würde... Das ist ein blödes Halt auf meinem Schülverband. Das müsste doch auch jemand gut finden, oder? Ja, also ich kann die abrechnen, aber dann haben wir halt minus 900 Fahrgarten. Will das einfach die meisten gar nicht interessiert, ob wir Kinderarbeitet haben oder nicht. Normalerweise reduziert sich das von selber mit einer gewissen Zeit. Aber... Ja, geht schon runter. Ich habe jetzt 892, also langsam geht's abwärts. Das Problem ist halt, dass meine Produktion halt nicht anläuft, wenn es halt nicht profitabel ist. Aber ich sehe gerade, es ist profitabel. Aber du kannst ja subventionieren, oder? Aber die Nationalgarde geht jetzt hoch, das finde ich ganz gut eigentlich. Wenn wir den Import erhöhen, dann kommt ja auch weniger rein. Läuft. Läuft. Ist richtig? Ja, okay. Sonst sag mir Bescheid und ich werde den Import sonst mit 30% besteuern. Eingesetzte Verwaltung wäre halt auch mega gut. Weil bei dieser günstigen Lage, dass Kleidung so teuer ist, Kleidung zu besteuern. Wow. Ist aber auch Zeitwahn, weil bei der Mode finde ich es auch okay, dass vielleicht weniger Leute dann diese höchlichen Fetzen tragen, die in euren Ländern da durch die Straßen geführt werden. Nein, der Plan ist ein ganz anderer, liebe Schweiz. Die Leute arbeiten sowieso die meiste Zeit auf dem Feld und wenn die das Zeug dort einsauen, ist kein Wunder, dass Kleidungsmangel da ist. Ich will eigentlich, dass sie, sie sollen nicht nackt arbeiten, aber sie sollen wenigstens oberkörperfrei in der Sonne arbeiten, weil dann sparen wir Kleider. Nudismus. Das ist einfach schwäbische, wie nennt sich das? Wenn man kein Geld ausgeben hat, dann ganz viel Spaß hier weiter. Dankeschön. Sparsamkeit, genau, danke. Du könntest auch einfach Influencer kaufen, die Werbung dafür machen, dass nackt sein gut ist. Habt ihr eigentlich die Nacktheit deaktiviert in den Einstellungen? Ist hier überhaupt Nacktheit in den Spiel? Ja, wenn ihr dezentrale Staaten zum Beispiel anklickt oder so. Also könnt ihr den Einstellungen ausstellen, zum Beispiel. Hab ich nie geguckt und auch nie gesehen, aber gut zu wissen, dann muss ich mir das später nochmal anschauen. Also bei Twitch ist egal. Auch bei Crusader Kings 3, das ist nicht aktiv. Alarmisten gibt's oder so. Ja, deswegen. Ich glaube, es kann nicht viel schlimmer in dem Spiel sein. Das stimmt. Bayern, wollt ihr nochmal wissen, wie ihr die freilassen könnt? Jawohl. Wie geht das denn? Wenn du auf Diplomatie klickst. Okay, unsere Eisenminen. Klientel entlassen. Eisenminen. Und da müsstest du entweder Rheinland oder Westfalen müsste das dann sein. Ah, Moment. Klientel entlassen. Kohle. Kohle, Leute. Um Westfalen zu entlassen, müssen wir den westfäischen Hauptstadt Westfalen kontrollieren. Wir brauchen Kohle. Kann nur Frankfurt oder Hessen entlassen. Westfalen nicht. Da müsste ich. Das ist ja wild. Das ist ja wild. Anscheinend das ganze Ding kontrollieren. Wozu gehört? Ne. Also Rheinland hast du auch nicht da stehen, oder? Ne. Das ist ja seltsam. Das zählt tatsächlich. Es gibt drei westfälische Kernstaaten. Rheinland, Westfalen, Nordrhein. Und ich muss zwei davon kontrollieren, um es entlassen zu können. Stade. Okay. Na gut. Stimmt. Ich kann nur Westfalen entlassen. Das ist natürlich blöd. Was ist das? Schwefel. Produzieren wir nicht genug Schwefel? Wir haben doch Schwefel. Äh, ne. Ich habe nicht Kohle. Habe ich Kohlexporte gerade ermutigt? Ne. Kohle. Äh, ich habe Kohlexport verteuert. Oder bin ich gerade doofi? Gleich ist es auch inkorporiert. Dann werden wir hier gut Geld mit verdienen. Mich verklickt. Ich habe Exporte ermutigt. Ich will Importe erhöhen. Was ist hier für ein Diplomatie-Spiel? Hier auch. Niederländisch-Indische Aristokraten-Aufstand gegen die Niederlande. Aha. Also wenn ich jetzt Belgien wäre, würde ich ja das hart feiern und würde mich auf die aufständische Seite stellen. Ja, nicht unbedingt. Okay. Äh, bürokratisches Defizit. Schon wieder. Das ist aus Seiten der Niederlande und recht viele andere Sachen. Schon wieder. Aber, äh, ich glaube, ich bin da mal dezent, äh, neutral. Okay. Ich auch, ja. Ich bin immer noch ein bisschen der Meinung, dass Luxemburg mir gehören sollte, ehrlich gesagt. Das klingt nicht nach einer Schenkung, über die du gerade sprichst. Naja, wenn sie, wenn sie es mir schenken würden. Aber wieso sollte dann bei Luxemburg gehören? Das sagst du doch nur, weil es nicht nach wie Luxus anhört, oder? Ja, weil aktuell gehört es halt nicht zum Preußischen Staatenbund. Nicht dir. Und das ist ja mein einziges Interesse. Also, zum Wohle aller quasi. Aber gut, erstmal muss ich hier Hessen befrieden. Die, die sind immer noch sehr radikal. Ähm. Ähm. Das müssen wir jetzt erstmal ein bisschen hinkriegen, dass die da ein bisschen sich entspannen. Äh. Äh. Eine Anfrage an den werten preußischen Nachbarskönig. Ich, äh. Ich, äh. Ich importiere gerade eben Färbemittel, damit die Situation hier mit unseren Klamotten nicht völlig aus dem U drückt gerät. Äh. Ich habe aber keine Möglichkeit, ähm, per Schiff Farbe aus dem internationalen Raum zu stellen. Nicht noch einen Aristokraten. Das wäre geil, wenn das jemand mit Häfen machen könnte. Nicht noch einen. Damit wir in Zukunft Farbe für Klamotten haben. Ja. Ich werde kaum gemacht als Mutter König. Dankeschön. Dankeschön. Das werden die nicht geil finden. Ähm. Es wäre vielleicht noch... Aber... Nicht noch einen. Es sind einfach zu viele. Ich werde mal versuchen, meine Produktion teilweise umzustellen, damit wir mehr... So. Die Frage ist, kriege ich vielleicht zuerst die Industriellen auf meine Seite? Wo ist es denn nochmal? Ich muss schon wieder Pipi machen gehen, aber ich bin recht schnell dieses Mal. zu beschließen. Und weil meine Regierung einfach so herzlos ist, steht die Chance immer nur bei 7,6 Prozent. Das steht hier seit Ewigkeiten rum. Vorhin wurde gesagt, Berufspolizei würde die Aristokraten ändern. Die Frage ist, was du gerade gesagt hast. Wir sind für private Krankenversicherung. Wie sieht es mit den Intellektuellen aus? Weil ich nicht das armen Gesetz kann dich ganz schnell ruinieren. Verbrauchssteuern, Leibeigenschaft, Waren auf Gebote, keine Sozialhilfe, Monarchie. Deswegen... Das macht Sinn, ja. Bin ich halt da schon... Aber wie gesagt, das ist echt teuer. Also, weil halt wirklich jeder... Ich bin schon 300 Bits, Moshe. Jeder das dann bekommt ab einer bestimmten Armutsschwelle. Ach, das wird schon alles. Ach, guck mal. Die Kleinbürger, die sind ja auch neu. Das kriegen wir schon irgendwie mit unserem Bier... Die kannte ich noch gar nicht, oder? Bis gar keinen Gewinn mehr macht. Wobei, inzwischen macht es wieder ein bisschen Gewinn. Das ist ein bisschen ein Problem. Inzwischen müssen wir... Wir müssen mehr Bier produzieren. Das ist zu billig gerade. Also, zu teuer. Aber erstmal die Eisenbahn bauen. Zu billig, also zu teuer. Übrigens, ich baue jetzt gerade eben auch jetzt hier in Baden die ersten... Die badischen Motorenwerke. BMW. Ja, ich wollte gerade sagen, ihr baut Eisenbahnen, aber niemand baut Motoren, ne? Das mache ich jetzt. Es gibt wirklich niemand, der hier... Wo kommen eigentlich die Eisenbahnen her, frage ich mich. Ja, die finden wir. Die sind vom Laster gefallen. Ihr fragt mich nicht, was ein Laster ist. Kann man auch nochmal sagen. Selbst wenn ein Gut nicht vorhanden ist, wird, glaube ich, zumindest immer auf 50% Effizienz das trotzdem genutzt. Das ist ein bisschen komisch an dem System. Hm. Also, man kann, glaube ich, halt... Also, auch wenn man halt... Wir hatten's schon auf 45%. ...eine deutlich verringerte Effektivität. Dankeschön, Giminics. Vielen, vielen lieben Dank für die Zapps und ganz viel Spaß hier weiterhin. Weil auf aufwändig Stars irgendwie... Ja, bisher geblieben. Das ist ein bisschen komisch, das... Wenn ich mir den... Ich kann mir den kleinen Bürger auch gar nicht reinholen, ne? Ja, wir haben jetzt ne Eisenbahn. Das ist ja das Wichtigste. Ah. Wenn man noch bürokratisches Defizit... Das weiß ich. Das weiß ich. Das ist immer noch ein bürokratisches. Wir brauchen noch mehr Bürogebäude auf jeden Fall. Wegen unserer... Wir haben halt schon wieder ein bürokratisches Defizit. Lass mal hier in... Ähm... Was wollten wir noch unterstützen? Genau, Budapest. Lass den Budapest auch nochmal... Regierungsgebäude bauen, um schauen, ob das besser wird. Wir haben den Bausektor schon ausgebaut, Kram schon extrem. Aber das kostet alles Geld. Und unsere Goldreserven sind schon für'n Arsch. Und langsam brauchen sich unsere Goldreserven auch einfach aus... auf, was nicht sein kann. Oder darf. Also... Uns geht das Geld aus. Wie ist das Geld aus? Wie ist das Geld aus? Was ist das Geld aus? Wie ist das Geld? Ja, natürlich kann ich einfach Schulden machen, aber ich will ja nicht einfach Schulden machen. Zwischen können und wollen ist ja ein großer Unterschied. Ja, und also meine Radikalen erhöhen sich halt gerade wieder, wegen Diskriminierung actually. Wo habe ich denn nochmal meine Prätestbewegungen? Meine Intellektuellen sind wütend. Was brauchen die, ist halt die Frage. Lebensmittel, Holz, Glas, Kohle, Porzellan, Luxuskleidung, Luxusmöbel. Das haben wir halt alles, glaube ich, noch gar nicht. Die Importroute für Eisen wurde abgebrochen, sehr schön. Das bedeutet, wir selber bekommen wieder mehr Eisen. Das ist gut für uns. Du hast doch einfach fünfmal mehr Offiziere als Ingenieure. Ja, es ist furchtbar. Ich weiß aber auch nicht, wie ich das hinkriegen soll. Niemand will das. Niemand will das so. Wie es hier geplant ist. Und wenn ich jetzt auf den Markt schaue, dann... Eisen ist wieder am Arsch. Glas ist wieder am Arsch. Holz ist am Arsch. Papier ist immer noch am Arsch. Nahrung ist immer noch am Arsch. Kleidung ist immer noch am Arsch. Ich kann mit großer Freude verkünden, dass die bayerischen... Entschuldigung, die badischen, ein freudscher Versprecher, die badischen Motorenwerke soeben fertiggestellt wurden. Und wie ich sehe, sind Motoren unfassbar selten. Und deswegen ist der Preis bei plus 75 Prozent. Ja, da wird gutes Geld verdient. Weil Sachsen hat eine Eisenbahn, Hessen, Westfalen, Württemberg, Baden, Bayern. Ich geh Pipi machen. Aber niemand hat Motorenwerk. Ich muss ganz kurz weg. Jetzt haben wir weg. Ich bin Pipi machen. Ja. Da wird schon nichts in der Zwischenzeit passieren. Hoffe ich. Ich kann auch übrigens mit Stolz vermelden, dass mit dem Start ich direkt das Nummer 1 Motorenwerk der Welt wurde. Ja. Süddeutsche Präzision. So viele gibt es wahrscheinlich auch nicht, ne? Neun Stück tatsächlich. Aber ich bin halt direkt auf Platz 1 gestartet und die stellen noch ein. Ist gut. Ich kann verkünden, dass es bei mir das produktivste Rockenfeld der Welt gibt. Hm. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ich merke schon. Die Massen jubeln. Ich glaube, ich kann verkünden, dass es in Hamburg das ineffizienteste Stahlwerk der Welt gibt. Sie schaffen es tatsächlich, drei Stahl zu produzieren. Mit 61 Beschäftigten. Man. 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 Musik Leute zu meiner Freude habe ich festgestellt In Hessen Gibt es Roggenfelder mit denen ich auch Alkohol produzieren kann Ja das mache ich schon von Anfang an Mein Kartoffel schon Ich war ganz kurz weg Ja Kartoffel Bier Ah Konservenfabrik habe ich freigeschalten Sehr geil Dankeschön Ich bin wieder da Konservenfabrik freigeschalten Natürlich ich bin immer anwesend Was heißt ich kann Wie wäre es wenn wir jetzt auch noch Schleswig heim ins Reich holen Brauche ich noch mehr Eisen und noch mehr Fisch Aber Fisch haben wir doch auch War doch der große Plan eigentlich Fisch haben wir oder Haben wir Fisch Dankeschön Kibeng Vielen Dank für die 20 Monate Das würde wahrscheinlich äußerst Ja nach hinten losgehen Wenn Russland sich dazu erklärt Ja Wollen wir das riskieren Das ist halt die Frage Ich könnte natürlich jemand reinholen Wie gut ist denn deren Beziehung Warum Ja das könnte man auch mal checken Wir machen plus Haltung Schutz Das ist schlecht Ja Das ist Einfach Um Gottes Willen Die sind ja richtig miteinander verbunden 52 Ja Die Geschichte muss umgeschrieben werden Übergeschrieben Preußen war nie Kriegstreiber Das lag immer an Mecklenburg Ebenso sieht es aus Ja Aber ich hab's gerne getan Norditalienische Schüler Verwenden manchmal ihre Muttersprache In österreichischen Schulen Es wurde nun gefordert Dass Lehrer die Verwendung Dieser Sprache bestrafen Und die Kinder zwingen sollten Die offizielle Sprache Österreichisch zu sprechen Und Russen sind verbündet Also Preußen Wow Stimmt Wenn ihr den Russen abziehen Ziehen wollt Dann ist der Moment gekommen Wo ich Wo ich denn an der anderen Seite kämpfen kann Ah Das macht euch nichts Ihre Sprache ist Teil ihres Erbes Let's go Schauen wir doch eher Ich so Benelux Dass das mit der Diskriminierung Dadurch besser wird Ach Oh Ich habe nur lauf gedacht Alles Alles in Ordnung Vergiss einfach Was ich gesagt habe So Bayerisch Hessen Ist endlich inkorporiert Leute Ist das nicht großartig Mein Politiker ist doch nicht verstorben Was redest du? Aber ich hoffe mal Dass jetzt allmählich mal Die Gebäude Darum treut mein Chat Profit zu machen Die Protestbewegung Wurde aufgelöst Mit den kirchlichen Schulen Sehr gut Ah Wir haben hier Eine Bewegung Die sich quasi Die 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 Nationalgarde nicht haben möchte Orzellan wollen sie Aber da bin ich ja dabei Wir handeln jetzt mit Russland Aber die produktivste Glashütte der Welt Daraus kann dann Das Bier getrunken werden Aus den Mastkrügen Die wir hier bauen Ich finde das passt Mein verehrter Freud aus Preußen Wolltet ihr mich darüber in Kenntnis setzen Dass wir Krieg gegen die Niederlande führen Schauen wir mal Mal ob es zum Krieg kommen wird Mein lieber Preußischer Freund Ich sehe die Die Niederlande werden Befriedet Ja Wer ist dann nicht Eine gute Gelegenheit Wenn ich Meinen Teil tun würde Und Ihren Unterwürfigen Staat Luxemburg Auch in den Deutschen Staatenbund Holen würde Das wäre durchaus Eine Möglichkeit Ich könnte Luxemburg Mit in die Kriegsziele Aufnehmen Und hinterher entlassen Wenn ihr möchtet So dass ihr es euch Einverleiben findet Endlich Bayern könnte auch einfach In den Krieg mit eintreten Im Diplomatic Play Und das als eigenes Krieg Und das als eigenes Krieg hinzufügen Ach kann ich das? Richtig ja Ja das kannst du ja So und wie kann ich jetzt aber Ein eigenes Kriegsziel Rein hinzufügen Möglich sein Oder Dein Warte mal Du musst Bevor du Ja warte mal Ich glaube Preußen kann das machen Für dich Nee Ich kann das nicht Ich kann nur Für mich Kriegsziele definieren Oder du hättest Das Machen müssen Bevor du Ich kann nochmal Auf unentschlossen Ja aber nur Alle Kriegsziele Die man uns versprach Du müsstest glaube ich Mich versuchen zu beeinflussen Was ich jetzt Nicht mehr geht Dann Gehen wir mal kurz Wenn du noch nicht Auf der Seite bist Das habe ich jetzt schon gemacht Leider genau Du hättest mir das Versprechen müssen Dass ich Luxemburg Aber jetzt haben wir hier Luxemburg erobern Ist mit drin Oder kannst du noch einmal Nee ich glaube rausgehen Kannst du nicht nochmal Kann ich Dann ist Meine Beziehungen Ist dann zu Diskriminierung Beziehung mit Preußen Ist dann weg Aber das ist eigentlich egal Weil du bist ja ein Spieler Ist immer noch ein riesiges Problem leider Probier das nochmal Ich gehe nochmal raus Und du versuchst mich Zu beeinflussen In dem du mir Luxemburg Versprichst Das ist halt richtig Pell Wobei halt jetzt ist der Moment Was ist jetzt passiert Warte jetzt ruhig Ich will mal kurz Pause Damit ich das eben wieder Raus nehmen kann Und jetzt hier nichts Falsch mach Tollunion gebrochen Ich kann Ich bin jetzt aus dem preußischen Markt Raus Ah was Warte ich kann mich ja wieder einladen Komm in den österreichischen Markt Komm in den österreichischen Markt Komm wir brauchen Bier Wir wollen Bier Ja ich muss jetzt Dachraum Ich möchte betonen Dass das eine mittlere Krise Jetzt hier beim Dünger auslöst Und damit bei unserer Nahrungsmittelproduktion Ja bei eurer Nicht bei unserer Maurice Komm nach Österreich Die Waren nicht nach Württemberg durchkommen Ja Ich bin jetzt abgeschnitten Hat kein Marktzugang mehr zu Preußen Ich hab mich jetzt komplett Ich kann es auch glaube ich nirgends wo mehr hin Also ich bin natürlich jetzt raus Nein wenn Maurice nach Österreich kommt Kommst du auch in den österreichischen Markt Alle Probleme gelöst Ja also das wäre das Einzige was jetzt Wenn das jetzt wirklich passiert Wenn Maurice das macht Wäre das meine einzige Möglichkeit Ich kriege mir das denn Aber kann ich denn irgendwie wieder in den preußischen Markt Ja ich verbessere die Beziehung jetzt mit dir Und dann gebe ich dir jetzt gleich noch irgendwas anderes Also nicht Ich kann dir Warum geht das denn nicht Was warum der preußische Der österreichische Maurice Auf einmal war der Fallbaum da bei Bayern Und sie ließen meinen Händler nicht mehr durch Weil der Bodensee da ist Kann Württemberg auch nach Österreich gehen Ja ja ich kann nach Österreich gehen Ja also ich hab eine direkte Landverbindung Kann ich tatsächlich vorschlagen überhaupt In den Markt zu kommen Ähm Aha Was ist hier Beeinflussversuch Äh Bietet ein Kriegsziel Ja also Das machen wir jetzt mal mit Ja Und da konnte ich jetzt nix Also ich kann dir keinen Keinen Start Ich kann die Luxemburg nicht geben Ich kann das hinterher nur freilassen Und du müsstest dir das holen Ja weißt du warum Weil er glaube ich keine Grenze hat Oder Oder ich bin mir nicht sicher Ich glaube weil du es schon gemacht hast Weil Luxemburg schon ein Ziel ist Genau weil das schon als Kriegsziel definiert wurde Also man kann kein Kriegsziel entfernen Was ein bisschen doof ist irgendwie Ja das ist der Grund ja Aber du magst es so gehen ja Aber ich meine Das würde ja jetzt ewig dauern Bis du mich wieder gut genug beeinflusst Dass ich in deinen Markt kann Eee Quatsch Du bist du bist nicht bei so viel Du bist neutral mir gegenüber Äh äh Leute es ist schön dass ihr gerade eben darüber redet Aber ich möchte nur darauf hinweisen Meine Wirtschaft liegt jetzt in diesem Moment am Boden Ich habe schon eine Anfrage gestellt Wirtschaft am Boden lassen Weiter Ich habe schon eine Anfrage gestellt Boris Ich meine also Also immer noch Ich habe jetzt hier ein Angebot Von Von Österreich Preußen Wir müssen Ich fühle mich eh so einsam In der In der österreichischen Zollunion Also ich möchte Ich möchte eigentlich nicht nach Österreich Liebes Preußen Wir machen erstmal voll Wie du möchtest Erst hast du geheult Dass deine Wirtschaft am Arsch ist Und jetzt willst du nicht nach Österreich Wow Wenn du den Handelsvertrag annimmst Dann müsste glaube ich Die Grenze geoffen sein Hoffe ich mal Handelsvertrag Alter Bayern hat uns verschmäht Das ist was anderes Ein Handelsvertrag bedeutet Dass er bei normalen Handelsrouten Keine Zölle bezahlt Ja stimmt Und warum halte ich die Russen von euch fern Was Das ist die wahre Frage Warum habe ich die Russen An dem Einmarsch gehindert Als wenn ihr nicht mal in meine Zollunion wollt Ah ist das frisch Also ich würde den an deiner Stelle dann annehmen Weil dann verbessert sich die Beziehung In den nächsten 100 Tagen Dann geht das schneller nach oben Ach sind ja nur 100 Tage Ist ja kein Problem So klein wie kann der Markt Ja Du hast mich persönlich gekränkt Ich habe das gar nicht abgelehnt Ich habe das äh Mir hast du Ich habe gerade eine Ablehnung bekommen Das geht automatisch weg Äh Ich überlege gerade Ob ich nicht in die schöne österreichische Umarmung Komm in die schöne österreichische Umarmung Wenn du das tust Muss ich das auch tun Dann muss ich das tun Oh die Niederlande hat jetzt auch schon direkt Äh Eingelenkt Ja Haben wir jetzt einfach die Niederlande erobert Einfach so Ich habe jetzt einfach den einen Einen Punkt bekommen Ja aber Du hast wahrscheinlich Oh was geht da jetzt Und Hannover will ein Ladefunk Komm Das wird mir jetzt alles zu irre Pia Äh Ich will in den österreichischen Markt Bitte Äh Hier Willkommen Ja Meine Wirtschaft ist gekippt Ähm 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 Was Hilfe 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 Ähm Wir kriegen das Freibier Wie sieht denn der österreichische Markt so aus Hast du das Hast du das gesehen Was Äh Hast du das nicht gesehen Hannover will Braunschweig erobern Du bist Ja Ich hab das Doch das hab ich mitbekommen Ja und du weißt Dass da möglicherweise Russland Überspricht Ähm Lied zu Pia Ich habe eine Anfrage gestellt Willkommen Zuhause In deiner neuen Heimat Das geht halt nicht anders Was soll ich machen Kommt schon klar ne Mit 202 gegen Kopelius Damit sind mir jetzt auch Ja damit kommt man klar Damit sind mir jetzt auch Meine sämtlichen Verbindungen weggefrochen Ne du hast doch einen eigenen Markt Ja aber meine Meine Handelsrouten dorthin sind jetzt alle weg Sind alle jetzt inaktiv Jetzt habe ich hier einen komplett anderen Markt Der Wie ist denn das Bier in Österreich Ähm Gut Oh Äh Ausland ist auf der anderen Seite Ja das habe ich gesehen Äh Willst du das jetzt durchziehen Gucken wir mal Also ich meine Ich hab mich jetzt recht Ich hab nicht mehr ganz so viel Profit Wie vorher Aber ich Bayern akklimatisiert sich recht schnell In den Österreich Ja meiner kippt dafür gerade Aber das ist nicht schlimm Wir erholen uns wieder Okay Das bedeutet jetzt natürlich Das bedeutet jetzt natürlich Dass ich Hannover umzingeln werde Das ist ja wohl jetzt selbstverständlich Ja gut aber das stört der Hannover nicht Die haben ja Häfen Richtig Ja Ich dachte der Der Die Großmacht Preußen lässt sich von einem kleinen König nicht schikanieren Was ist denn Entschuldigung ich höre leider nichts aus der hinterhältigen Ecke Wenn gerade etwas da passiert Hinterhältig? Das war eine offene Konfrontation Hinterhalts Ecke Nee Ich hab Nee nix da Jetzt lass ich nicht auf mir sitzen Also Preußen Ich muss mal sagen Das eigentliche Problem ist doch Russland Russland fuscht uns hier konstant In die Parade Das stimmt allerdings Wieviel Zeug geht jetzt eigentlich flöten? Das ist nicht schlimm Das ist nicht schlimm Aber die Frage die mir halt stellt ist Ich möchte halt Wein produzieren Wo kann ich denn am besten Wein produzieren? Wo geht denn das? Weil das sind ja alles andere Sachen Leute Ich meine Das ist eigentlich ähnlich Die Sachen die vorher profitabel waren Es geht jetzt Es tut sich jetzt relativ schnell anpassen Das ist total faszinierend Ähm In dem sich die ganzen Sachen Neu setzen Ähm Aber übrigens Mein preußischer Freund Äh Trotz Immer nach Landwirtschaft Handelschaosgeschichte Also ich muss was neu wahrscheinlich machen Die Hannover Rivalität Hab ich noch nicht vergessen Wir haben immer noch unser Schutzbündnis Also sehe die Bayern Nicht als deinen Feind Nach dieser Verwirrung Aber hier kann ich keine bauen Wir halten uns erstmal offen Wie die weiteren Aktionen aussehen werden Ach die Getreidefarmen machen das Ich hoffe dass Preußen weiß Dass äh Ich nicht anders handeln konnte Ah Was? Mein Kronprinz Wird jetzt herausgefordert zum Duell? Ach scheiße Wie alt ist dein Was? Mein Kabelgeneral Oh mein Gott Ne passt auf Verbietet Duell Finden die Intellektuellen gut Sehr schön Problem gelöst So Und wir produzieren jetzt viel mehr Wein Das ist super Das heißt das geht schon mal Schade dass auf dem österreichischen Markt Das Freibier noch nicht ganz so angekommen ist Daran arbeiten wir Da ist eher frei Wein Ist hier offenbar ein Ding Ähm Es ist aber Es ist auch super Weil Bayern draußen ist Weil jetzt sind die Lebensmittel Unfassbar teuer geworden Ja Das ist ein richtiger Eklat Württemberg ist das Problem gewesen Er hat nämlich viel uns versorgt Mit den Feldern Aber Maurice Wir haben ein Handelsabkommen zu Russland Das heißt du kannst dein Bier nach Russland verkaufen Oh Faszinierend Dankeschön Für mich ist es auch ein Duell Dankeschön Helligate Für die drei Monate Und Walter Dankeschön Dankeschön Die Aura zwischen den beiden Gestalten Ist wie etwas aus einem Liebesroman Leopold von Baden Ja der will leider noch nicht Ich arbeite daran Mich mit Russland anzufreunden Aber Aber Das geht noch nicht Ja sollen sie kämpfen Mein Markt ist gerettet Danke an Österreich Was aufnehmen Schnie Immer gerne Dafür habt ihr jetzt Eisenbahn Ich finde das großartig Ich habe mich sehr einsam gefühlt In meinem Markt Und ich fühle Ich liebe die Energie Die gerade kommt Kopelius Unsere Tore sind offen Auch für die Schweiz Ja die Schweiz ist sehr stark Im Überlegen tatsächlich Ich werde das einmal noch In unser Parlament tragen Und einmal schauen Was die so diskutieren Dankeschön Und ganz viel Spaß Hier weiterhin Ich freue mich Dass ich mich komplett verkackt habe Und ich liebe es Wie jetzt einfach Norddeutschland Massive Probleme hat Ihr könnt euch auch Den hannoverischen Markt Anschließen Ich finde das so schön Ich habe nicht gedacht Dass ich das schaffe Aber ich bin gerade einfach nur Ich bin richtig glücklich Gerade dass das geklappt hat Und auch dass das mit der Wirtschaft Bei Memories funktioniert Ja also wenn Hannover Mich jetzt gleich aus dem Spiel Raushaben möchte Dann können wir das natürlich auch machen Ich habe mir nur Braunschweig genommen Nein Wieso Da kommst du ja nicht aus dem Spiel raus Das ist halt nur ein bisschen arm Also Preußen war schon Die ganze Zeit feindselig Das ist halt ein bisschen Preußen Preußen war schon Die ganze Zeit feindselig Ich musste die Armut Von Braunschweig auffangen So Wo bekomme ich Färbemittel her Auf einmal Es ist faszinierend Meine Werkzeugfabriken Boomen gerade wie Sau Weil im österreichischen Markt Werkzeug viel mehr wert ist Das ist total faszinierend Ja ja Wir freuen uns über deine Boomende Botschaft Also das ist halt total bescheuert Jetzt aus spielerischer Sicht Erstmal gewesen Weil ich habe auch ein bisschen Verlust gemacht Ich bin so von 10k plus Auf 7k plus Aber ich finde es gerade sehr interessant Auch so für die Zuschauer Um die Mechaniken des Spiels Zu demonstrieren Weil guckt mal Wie sich Dinge komplett kippen Sobald du eben in einer anderen Wirtschaftsregion bist Und dich an die anpassen musst Lasst uns mehr Werkzeugfabriken bauen Leute Ähm Da bin ich dafür Mach aber welche aus Stahl Weil dann funktionieren meine Stahlwerke wieder Die sind nämlich mein Sorgenkind Deine Stahlwerke? Ich mache die ganze Zeit schon Stahlwerke Ich mache Stahlwerkzeuge Die ganze Zeit schon Oh das ist gut Dann stelle ich bei meinen Stahl Bei meinen Werkzeugproduktionen Auch auf Stahl um Das ist gut Weil wir haben nämlich Einen Stahlpreis von minus 22% Also das heißt Es lohnt sich Ja Wenn man auf Stahl umstellt Und Steinwallen Du versuchst es wieder Mit Mecklenburg-Strehletz Ja Mal sehen Ob die Russen wieder zwischenfunken Bei dir können sie ja Bei mir konnten sie ja nicht Aber bei dir können sie Deswegen Das war immer das Problem Oder? Ah warte mal Ist interessant Ich bin auf Hab gewartet bis herzlich ist Aber in dem Moment Wo ich das gemacht hab Ist vermutlich Durch die Durch die Aggressivität So ich muss nur gucken Wo kann ich mir denn anzeigen lassen? Genau Wir haben ja hier Am besten wenn man sicher gehen möchte Halt durchziehen Die diplomatische Werkzeugfabriken Ich bin ungeduldig Ich hab Nicht so wirklich welche bis jetzt Wir haben hier nur Achso warte mal Nein 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 Ich wollte einmal nur gucken Wegen den Werkzeugfabriken Auf was arbeiten die denn? Ach guckste mal Können wir hier auf Stahl gehen? Aber wir haben selber Eisen Aber Werkzeugfabriken sollten wir generell bauen Lasst uns das doch in einem neuen Gebiet bauen Um das zu pushen Lasst uns die Werkzeugfabriken in der Steiermark bauen Ach kommt jetzt holen wir die Jetzt brennt die Welt Lasst uns hier Werkzeugfabriken bauen Jetzt geht der Weltkrieg los Für Mecklenburgs Ach komm wisst ihr was? Hier Komm Kreuzen auch noch Kreuzen hat sich angeschlossen in dem Krieg Wir testen jetzt mal ein bisschen gegen Russland an Weil wir danach schauen können Wie wir nach Hannover vorankommen Genau Weil jetzt Wenn die Briten wirklich dabei sind Warte mal Ich muss ganz kurz Ich bin gerade überfordert Wer ist Mecklenburg? Steinmein Mecklenburg Mecklenburg Ja Wie auch immer Jetzt Das ist Steinmein Kannst du mit meiner machen Boah das ist Stressig Boah Nur ein bisschen Nur ein bisschen Boah das ist sehr stressig Bist du auch im Krieg Pia mit Russland? Nein Als ob ich im Krieg mit Russland anfange Weil das Spiel glaubt Dass du dich mir anschließen würdest Wenn ich Frankreich angreifen würde Ich weiß nicht woher das Spiel diese Informationen nimmt Aber es glaubt Wenn du Frankreich angreifen würdest Genau Für Elders Lothringen Ich bin gerade Ich hab Ich seh das noch gar nicht Ich hab hier nur Norddeutschland Ich hab dann das Diplomatie Spiel Das möchte ich nicht Ich hab nicht gestartet Ich hab's nicht gestartet Achso du hast es nicht gestartet Okay Das war die Vorhersage Das Spiel glaubt Das Spiel glaubt Dass du dich mir anschließt Warum Achso Gegen Frankreich Boah Genau Das Spiel weiß Dinge Die anscheinend selbst du nicht weißt Über dich Ja aber Ja aber Ehrlich Ja warum eigentlich nicht Aber da warten wir bis die Sache Für ein Heer Die Franzosen Haben die eine Bauernarmee Ach die machen jetzt wieder so ein fucking Weltkrieg für Mecklenburg-Strelitz oder was Die Bauernarmee Das ist kein Problem Ähm Du dürftest dann auch Also ich mein Alles gegen Russland Das dürfte dir eigentlich relativ gut gewinnen Weil du eroberst ja Mecklenburg-Strelitz selbst sehr schnell Und dann geht deren Kriegswille rapide runter Sobald du das kriegst Das war das gleiche bei mir mit Frankfurt vorher Bis die Russen überhaupt da sind Hast du das schon erobert Ähm Beußen muss einfach in Russland meines Erachtens Einfach defensiv stehen Ja Mach ich auch Also außer Ich mein du kannst das hier auch Wir müssen den Markt jetzt weiter pushen Das bringt natürlich noch ein bisschen mehr Kriegsstand Aber wenn du sparsam kämpfen willst Männer schonen Einfach defensiv Ja ich bleib erstmal defensiv an der Front stehen Ich hab schon einiges verloren An meinen Leuten Ja Würde ich auch machen Es kann höchstens sein Dass die Russen bei mir landen Da müssen wir nochmal umdispolieren Ich hab ja Also ich glaube Wenn ich meine 20er Bataillone rum bewege Dann reicht das erstmal aus Um Die Landung auch aufzuhalten So Ja Da werden die Werkzeugfabriken gebaut Das ist schon mal gut Das sind Äh nee nee Das sind normale Chips Ja ich frag mich auch gerade Es steht ja Es steht es macht nix ja Speichert mal Äh Äh Noch anders ist Oh no Okay Alles klar Ja gut dann Kurz warten oder nicht oder Aber dann erleben wir das jetzt auch mal Dann pausiere ich mal Bis er wieder da ist oder Ja Ranger du könntest gegen Ostern Ja auch noch ein Kriegsziel Irgendwie hinzufügen oder Ist das wie dasselbe Thema Nee du das Also ich kann kein Kriegsziel hinzufügen Äh Wenn du quasi der Initiator bist Ähm Ich kann mich nur Über Kriegsziel Das du für mich definierst Anschließen Also du müsstest quasi sagen Ich will jetzt Dass Ranger dann Ähm Wobei das geht auch nicht Eigentlich können wir nur Kriegsziele zwischen dem Ziel Und dem Initiator Ausfindig machen Aber nicht zwischen den anderen Parteien Weil die sich ja irgendwann Im Laufe des Krieges anschließen Aber ich hab's auch so mal gehabt Dass ich Braunschweig angegriffen hatte In einem Solospielstand Ähm Preußen dann beigetreten ist Und Preußen nach dem Krieg Dann aber trotzdem Und dann da reinbekommen hat Obwohl sie separat Eingetreten waren Und nicht der direkte Aggressor Oh Ja da bin ich noch nicht Ganz ruhig manchmal Ja oder ich Wie gesagt Ich bin ja auch neu im Game Oder ich hab mich irgendwie Verguckt und etwas falsch verstanden Holy shit Einen Wunderwunderwunderschönen Wünsch ich euch Hallöchen an alle Von Rezo Liebe Grüße Zurück an Rezo Ich hoffe ihr hattet Einen sehr sehr schönen Stream Der Chat rastet gerade Auf einem Ganz anderen Level aus Hallo 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 Ich hoffe ihr hattet Ein wunderschönes Wochenende Oder ein wunderschönes Stream vielmehr Ich sehe heute ein bisschen Komisch aus Ich trage Ein Sehr unangenehmes Sehr sehr warmes Kleid Wir spielen nämlich heute Tatsächlich in einer Lustigen Strategierunde Victoria 3 Von Paradox Ähm Und ich bin Dementsprechend passend Angezogen aus der Viktorianischen Zeit Ich hab sogar einen Hut Aber das funktioniert Mit dem Headset Nicht so gut Ähm Und das ist der Plan Von dem was heute Gemacht wird Vielen vielen Dank für den Raid Auf jeden Fall Und Hallo Was habt ihr gemacht Die Lobbyhose sind da Ja Thema Start runterdrehen Ist schwierig Wir heizen noch gar nicht Hier Deswegen Dankeschön TikTok Horror Stories Halloween Stories Oh 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 Das klingt cool Das klingt sehr sehr cool Aber was zur Hölle Sind Lobbyhose Es war tatsächlich Die Umarmung des Todes Die Bayern Hier Ich bin so verwirrt Dankeschön auf jeden Fall Württemberg umarmen würde Aber es war ein Drügegriff Achso Von Hobby los Ich hab Hobby Hobby Nein den Podcast Kenn ich auf jeden Fall Ja Aber ich wusste nicht Dass die Hörer davon Lobbyhose heißen Das wusste ich nicht Ja genau das meinte ich Oh mein Gott Das wusste ich nicht Den Podcast Kenn ich auf jeden Fall Natürlich Aber ich wusste nicht Dass die Hörer davon Lobbyhose heißen Das ist ein wunderschöner Name Jetzt weiß ich Jetzt hab ich's gelernt Ähm Da ist Coppelius wieder da Wundervoll Ähm Der Würgegriff Der Freibier Das Zeichen Kenn ich Die 5 Sterne Hab ich auch schon bewertet Natürlich Aber das ist ja auch Bisschen Der Sinn Das Spiel Natürlich Das muss man doch wissen Es tut mir so leid Und äh Ich finde Es tut mir so leid Ich wusste was passieren Ich wusste das nicht Ich wusste das nicht So einen Marktwechsel Wirklich mal In Aktion erleben Auch wenn es natürlich Nicht ganz geplant war Ich freu mich Ich habe es spätestens Ähm Ich habe es spätestens Ähm Ich habe es spätestens Mit 5 Sterne bewertet Nach der Gamescom Als die ganze Gruppe Das ganze Publikum Geschrien hat Dass es mit 5 Sterne bewertet Werden muss Ne das ist ja Marktunabhängig Also Du hast 25 Bataillone Da umstehen Die sind da unnötig Gott mir ist so warm Äh Habe ich schon rübergeschickt Aber wir haben Pause Achso Okay Dankeschön ihr Lieben Das ist sehr süß Ja Ich bin wieder im Spiel Ich trinke Orangensaft Aber es sieht sehr viel Wegen dem Greenscreen Und so weiter Sehr krass aus 10 Minuten nochmal Und dann eben kurz So ein schöner Gerne Ja Ist doch Spannend hier Wenn ihr nochmal Einen großen Krieg Sehen wollt Dann bleibt dran Dankeschön ihr Lieben Das ist sehr süß Du siehst sehr royal aus In dem Outfit Ja ich trage auch Eine Corsage Die ist mir Die ist mir halt zu groß Deswegen kann ich Atmen und fressen Aber Corsagen Haben ja diese Diese Stränge mit drin Das heißt Ich muss halt Super gerade sitzen heute Normalerweise Hänge ich immer Einfach wie so ein Opfer Vorm PC Und sehe aus Wie so ein bisschen Kolum Und jetzt muss ich So super gerade sitzen Und ich habe das Gefühl Mein Rücken Dankt mir das gerade Extrem Das wird der erste Der erste lange Stream sein Wo ich mir einfach Da nachdenken werde Oh mein Gott Ich habe keine Rückenschmerzen Was ist das Das ist sehr lieb Dankeschön Das ist sehr lieb Kannst du was Was wird das Spiel erzählen Ja Also das Spiel ist Von Paradox Entertainment Das ist ein Super Hardcore Strategiespiel Also super Hardcore Strategiespiel Wir spielen in der Viktorianischen Zeit Und uns Also wir spielen Österreich-Ungarn Weil ich bin Gebürtige Österreicherin Das heißt Mir wurde von Paradox Österreich-Ungarn Quasi gegeben Und wir versuchen Nicht zu zerfallen Das ist eigentlich Die ganze Magie dahinter Also jetzt gerade Sind wir Kaiser Ferdinand Von Habsburg Die Habsburger Sagen euch vielleicht was Diese inzestiöse Königsfamilie Aus Österreich Die überall in Europa Über Jahrhunderte lang Regiert hat Und sehr bekannt war Durch den Inzest Den sie hatten Und eine gebildete Habsburger Lippe Also so ein So eine Fehlstellung Im Gesicht Wo das Kiefer so hervorkommt Woran man es erkannt hat Das sieht man übrigens Sogar in alten Porträts Das ist nicht sehr schön Ja und wir versuchen Gerade in Österreich Irgendwie ein bisschen Auf unser Leben klar zu kommen Stammbaum Einfachen Kreis Exactly Wir spielen unter anderem Mit Maurice Weber Von der GameStar Steinwallen Strategie-Ecke Ranger und Mr. Möp Das sind die anderen Leute Hier drumherum Also Preußen ist auch ein Spieler Bayern ist auch ein Spieler Die Schweiz ist auch ein Spieler Äh Mecklenburg ist auch ein Spieler Hannover ist auch ein Spieler Also wir spielen quasi Im Korb Beziehungsweise gegeneinander Ähm Basically haben die Habsburger Crusader Kings 3 durchgespielt Ja Ja komplett Auf jeden Fall Ähm Auf jeden Fall Ja Wir sind momentan In der Weltrangmacht Sind wir Nummer 5 Wir waren schon mal Nummer 4 Aber gegen die USA Haben wir jetzt ein bisschen Abgestunken leider Also USA und Russland Haben uns eingeholt Preußen war dazwischen Vor uns Aber ist jetzt wieder abgefallen Ähm Und jetzt versuchen wir hier ein bisschen Auf unser Leben klar zu kommen Also es geht sehr viel um Wirtschaft Hier an der Stelle Also wir haben hier einen Wirtschaftsmarkt Mit Produktionsketten Und Handelsrouten An denen wir arbeiten Und Preise Und es ist wirklich Es ist super super kompliziert Ähm Das Spiel kommt jetzt Am Ich glaube am Dienstag Kommt es raus Ähm Das heißt Das ist Für alle noch Ein sehr krasses Hineinkommen Einige Vielleicht die älteren Paradox-Spieler Kennen vielleicht Viktoria 2 Oder Viktoria 1 Das sind die vorherigen Teile Und das ist jetzt quasi Die neuere Version Ähm Wieviel kostet das Ich weiß ehrlich gesagt Gar nicht genau Wie viel das dann Bei Release kosten wird Weiß ich gar nicht Hundertprozentig Ähm 50 50 bei Steam Ah Sehr sehr cool Dann haben wir da Was Neues gelernt Auf jeden Fall Dankeschön Das ist sehr nett Und Dankeschön Phoenix Für die 16 Monate Und ganz viel Spaß Ja weiterhin Dankeschön Typische Streamer-Probleme Es liegt eher daran Dass ich einfach Mich schon seit drei Jahren Auf Viktoria 3 freue Und einfach Wenn ich mich schon So lange auf diese Spiele freue Die sehr 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 früh Vorbestelle Und dann einfach Nicht mehr im Kopf habe Für wie viel Ich es vorbestellt habe Vor x Monaten Was ist der Plan Jetzt noch für Österreich Meine große Hoffnung Ist erstmal Dass ich nicht zerfalle Das ist Das ist die größte Hoffnung Die ich gerade habe Nicht völlig zu zerfallen Ja Das heißt Das heißt wir müssen schauen Das heißt wir müssen schauen Dass wir auch eventuell Luxusmöbel produzieren Papier Oh Gott Ich habe gar nicht geguckt Ist der Papiermarkt Wieder weggebrochen Er bricht gerade wieder weg Kann ich schon Luxusmöbel Ich kann glaube ich Doch wir produzieren sogar Luxusmöbel Dafür bräuchte ich aber auch mehr Werkzeug Boah das wird alles eine Katastrophe werden Dankeschön Für den verschenkten Dankeschön Österreich ist doch nie zerfallen Das ist Österreich Jetzt gerade So sieht Österreich Jetzt nicht mehr aus Österreich ist sehr wohl zerfallen Aber in 80 Jahren Noch nicht jetzt Nicht ganz Ein bisschen früher Also wir haben noch ein bisschen Wir haben noch ein bisschen Zeit Bevor wir zerfallen Aber doch Österreich ist auf jeden Fall zerfallen Wir haben aber noch ein bisschen Zeit Bevor wir zerfallen Also Jetzt gerade sind wir noch Österreich Wir könnten theoretisch gesehen Wenn wir es schaffen Dass die Ungarn in Österreich Nicht mehr diskriminiert werden Dann kriegen wir die Doppelmonarchie Dann wird aus Österreich Österreich-Ungarn Und Österreich-Ungarn Zerfällt dann Du hast jetzt ein Innenministerium Was kannst du nun machen? Mein Innenministerium hilft mir In erster Linie Also erstens habe ich jetzt Ein Amt für Inneres Das heißt hier habe ich quasi Fortschrittstempo von Revolutionen Sind reduziert Protestbewegungsradikalität Ist reduziert Das kann ich jetzt immer weiter pushen Und das Wichtige Was ich halt auch habe Ist wenn man jetzt guckt Unter Gesetze Da haben wir das In Wo ist es denn? Da Wir haben die Nationalgarde eingeführt Und das heißt Wir haben jetzt außerdem 273 Bataillone Die wir mobilisieren können Das heißt Wenn es zu Aufständen kommt Haben wir sehr viel mehr Armeers davor Was sehr gut ist für uns Ich glaube, dass der Preußen Diese eine Provinz streitig macht Also den auffordert fordert Du meinst den Krakow? Um... das Ding ist halt ich meine das ist auch nicht Teil von uns das ist halt so in sich selbst gefällt dir Crusader Kings 3 oder Victoria 3 gefällt dir Victoria 3 besser als Crusader Kings 3 beziehungsweise ist das überhaupt vergleichbar also Crusader Kings 3 hat mehr so einen individuellen Touch wo es um einzelne Personen und Dynastien geht hier musst du mehr so als Land denken was halt so größer in seinem ist ich kann nicht sagen was mir mehr gefällt Crusader Kings 3 ist halt mein All-Time-Favorite-Game das wird man glaube ich mir nicht so schnell streitig machen können was das angeht ich verstehe auch noch zu wenig von Victoria 3 um ehrlich zu sein also ich bin super bemüht und es macht super viel Spaß aber so richtig den Überblick habe ich noch nicht zu allem ähm so ich wäre wieder so weit ich bin auch ready ähm deswegen ich kann es noch nicht sagen aber ich glaube ich werde es den Nissen auf jeden Fall ich bin auch da steht bereit ja ich bin auch wieder da ja aber ich will dir nicht unbedingt Krieg beginnen gerade ich bin mir nicht so sicher mit dem Krieg oder? gerne gerne jo gerne let's go so jetzt gibt es schon mal die Privalität Russland-Preußen oh und äh ich bin schon wieder rausgeflogen woran liegt es bitte? was kann der Grund sein für das? das war jetzt diesmal ein Desynchro ich denke es wäre vielleicht interessant für uns wenn wir die Lobby neu öffnen warum probieren sie es noch einmal? probier es noch einmal das war ja der gleiche Desync wie vorher oder? also das war ja der eine Desync der da war quasi der einmal neu joinen muss aber das ist interessant weil Copy du hast das selbe Problem glaube ich auch bei CK3 Multiplayer genau so ist es das ist nämlich worauf ich hinaus wollte sonst habe ich nie Probleme mit sowas aber bei die Paradox Spiele ist das anscheinend immer wieder vielleicht irgendwas in dem Dokumenteordner irgendeine Datei die da beschrieben wird also so eine Art Desync Report oder so genau ja aber da kenne ich mich zu wenig dafür aus dass ich da effektiv helfen kann hat es das Spiel neu gestartet vorhin? nein habe ich nicht das sollte das könnte auch auf jeden Fall helfen okay und wir sollten kurz mal auf Spieltempo 1 gehen der hohe Stimmt ja können wir weiter laufen lassen na gut ich bin jetzt schon wieder beim Beitreten ich habe jetzt schauen wir einfach mal sonst muss ich das Spiel wirklich neu starten aber ist natürlich ärgerlich sorry dafür ja kein Problem alles Gute dafür kannst du ja nichts sag Bescheid wenn wir da weitermachen sollen mein wundervolles achso red ruhig dein wundervolles Österreich will sich Preußen anschließen nein ja als ob nein mein wundervolles Handel mein wundervoller Handelsbereich in Österreich wir sind ja jetzt drei das ist wundervoll wollen wir uns vielleicht so ein bisschen strategisch beraten wie wir alle das Beste aus uns herausholen und uns gegenseitig wirtschaftlich noch weiter stärken können und Kopelius möchtest du vielleicht eine vier daraus machen ich glaube das wäre angebracht ich bin wieder im Spiel dann machen wir weiter ja wundervoll wollen wir uns dann vielleicht ganz kurz ohne das lauschende Preußen unterhalten das sich dann neidisch in unsere Richtung dreht Württemberg was ihr geht sogar wegen Wirtschaftsabsprachen in den Antworten ja natürlich Württemberg das wird vermerkt das ist nur aus wirtschaftlichen nur 1,5 Millionen aber Kopelius ist auch wieder raus wir müssen glaube ich die Lobby nochmal neu machen ok dann kurz speichern und dann Lobby neu wer speichert Maurice du hast ja die Lobby eröffnet ich probier es ich hab's auch einmal gespeichert so dann also ich möchte natürlich hier nicht irgendwie das Gefühl fördern dass wir Intrigen aushacken wir wollen euch nur nicht mit so belanglosen Detailinformationen über unsere Wirtschaft stören die ja nichts von Belang sind für unsere Nachbarn das Problem ist die werden das trotzdem so aufnehmen weil so war damals die Denkweise der Menschen das ist total interessant also wenn man sich das anguckt wie die damals wegen jedem bisschen steil gegangen sind damals und ein damals wie das schön wenn es heute anders wäre ja auch sie hat mir Sand geworfen jetzt werfe ich auch mit Sand oh Gott aber dein Sand war viel dreckiger als mein Sand aber du hast viel mehr Sand geworfen als ich oh Gott gibt es jetzt dann einen neuen Coder ja ich habe ein neues Spiel gehostet ich gucke gerade wo der Code ist ähm ah hier ja ich Passwort ist das gleiche und der neue Code ist der da immer ruhig den Spielstand wo Bayern noch mit bei uns dabei war diese Intrigen die hier gefördert werden also ich muss sagen ich persönlich freue mich extrem darüber weil ich war sehr einsam in meinem in meinem Markt und es ist so schön jetzt ein bisschen Mitspiel Zusammenspiel zu erleben ja ich finde auch der österreichische Markt der hat Potenzial das freut mich das zu hören weil ich habe mich mit sehr viel Schweiß und Anstrengung bemüht ihn nicht vollständig gegen die Mauer zu fahren in den letzten Stunden Dankeschön wer auch immer das gerade war vielen vielen lieben Dank für die 100 verschenkten Saps vielen 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 lieben Dank aber danke für die Rettung Dankeschön Dankeschön ach immer gerne Österreich hat auch für eine Tore für alle Katholiken wir sind ja auch Süddeutsche zusammen nicht vergessen naja der österreichische Markt hat halt nur so ein paar Häfen da unten Dankeschön Dankeschön richtig Handel kann man nur im preußischen Markt Hannover hat auch ein paar Häfen Hannover kann sich doch den preußischen Markt anschließen was ist eigentlich da jetzt bei Hannover ich weiß nicht wie eure Marktlage ist ihr beschwert euch die ganze Zeit es ist nie wirklich attraktiv für mich ach beschweren wird da immer also es ist doch schöner man muss ja sagen es ist doch schöner freiwillig beizutreten anstatt den Markt gezwungen zu werden was bekomme ich denn dafür kein Zwang kein Zwang das ist achso alternativ kannst du dich auch der steigenden ne weiter wachsenden österreichischen das ist perfekt wir haben ein Handelsabkommen mit Russland also du bist bei uns gar nicht mehr so weit weg wenn du auch zu uns kommst oder zu Russland also Preußen Dänemark ist auch schon im russischen Markt wenn ich das richtig gesehen habe Schweden ebenfalls Grönland ach was haben wir denn da gebracht also der ist auch attraktiv ne ich sag doch Russland ist der Feind Dankeschön ihr Lieben wie die preußische Stärke gegen die russische Armee gewinnen wird wichtiger wichtiger Hinweis an der Stelle lieber Chad das ist in-game in-game es ist mir ganz wichtig das hier einmal anzubringen wir reden hier über unser Paradox Spiel bitte verwechselt das Ganze nicht mit Talk über aktuelle weltpolitische Situationen wir verharmlosen nicht den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine oder auf die Krim oder auf eines der anderen Länder das sie die letzten 20 Jahren angegriffen haben wir sind gerade nur am Trollen weil wir spielen ein Strategiespiel und in diesem Strategiespiel wird getrollt sieht gut aus soweit nur um das einmal angesprochen zu haben vielleicht auch für die neuen Leute die neu dazugekommen sind und die sich dann wundern und dann schickt Rezo sie hier her weil er sagt oh ja die macht weiß was ich was für Content und ist politisch aktiv und hat eine starke Meinung und ich sitze erstmal hier ja Russland nein ja Russland in unserem Spielstand nicht ja Russland in der echten Welt so viel Zeit muss sein Maurice weißt du das läuft ja hier die Generäle machen das ja die Befehle sind eben man kann sich die Zigarre anzünden und zuschauen ich habe auch mal Fragen an dich Steinwein wie hast du es geschafft dein Lebenstandard so hoch zu schieben also über Handelsverträge und so weiter oder wie genau ja ich achte halt ich achte meine Bevölkerung und guck ja jetzt mal spieltechnisch bitte ja das meine ich ja ich versuche halt erstens sie nicht hart zu besteuern zweitens nur Luxuswaren zu besteuern drittens baue ich nur dort aus und wo also was Grundbedürfnisse sind und gucke nicht nur auf die Gewinne und das führt dazu dass es den Leuten gut geht das sind eine komische Einstellung das könnte sein dass es bei mir an der Steuer lag ich habe die lange Zeit hochgestellt weil einfach meine Bauwirtschaft so teuer war genau ich habe halt auf die Bauwirtschaft verzichtet habe jetzt erst eine bessere Bauwirtschaft seit einer halben Stunde oder so und dadurch geht es aber der Bevölkerung sehr gut ja okay ich schaffe mal die Verbrauchsteuer mal ab so warum warten wir jetzt eigentlich äh auf dich aber dann bist du da dann geht es los lange da na dann sorry das war und jetzt jetzt ist ecke rausgeflogen warum ich denn jetzt endlich hannovers niederlande das kann doch nicht sein das ist auch koppel ist raus früherer spielstand ein missklick ja nehmen wir mal den spielstand wo die niederlande noch neutral war die frage ist haben alle leute das spiel was was vielleicht sinn machen könnte wäre dass alle leute das spiel mal eben neu starten die 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 lese ich auch gerade ja lass uns alle mal neu starten das spiel boah jetzt muss ich auch was tun also weil jetzt gerade in meinem chat auch gefragt wurde wegen kinderarbeit und kindersoldaten und so weiter also ich glaube man muss an der stelle weil gefragt wurde ob es zum damaligen zeitpunkt kindersoldaten gab ein bisschen differenzieren ab wann zählt für dich etwas als kindersoldat wenn kinder in der armee tätig sind und in der armee arbeiten und damit auch teil der armeen sind zählt das dann für dich schon und ab wann fängt das kindersalter an weil das ist ja auch so eine streitfrage gerade im alten viktorianischen zeitalter wurden kinder ja eher noch als kleine erwachsene behandelt und weniger als kinder als solches und da ist ja mündigkeit und also da ist nichts mit okay mit 18 bin ich dann mündig und entscheide alles für mich selber so wie ich möchte da hast du ja noch viel mehr so familiären zwang viel mehr zwangsehen du gehst in die betriebe deiner eltern familien vormünder aber du fängst schon viel früher zum arbeiten an also ist ja alles komplett verschoben ich glaube das kann man nicht so einfach beantworten aber vielleicht werde ich korrigiert von dem historiker sonst ja also zum thema kinderarbeit wir können weitermachen oder bevor wir ja können wir gerne weiter diskutieren aber lass mal kurz den test machen ob das spiel uns jetzt mag zum thema kindersoldaten kann ich gleich was einschieben und zwar haben wir zum beispiel im amerikanischen bürgerkrieg der ja auch hier im spiel in circa 20 jahren oder in 15 jahren stattfinden wird historisch gesehen waren die jüngsten kampfesteilnehmer neun jahre alt oder der jüngste glaube ich neun jahre oder auch zwölf jahre so die richtung das waren die trommler jungs also die waren dann mit in der ersten linie haben getrommelt aber waren selber jetzt nämlich mal nicht als also das ist ein problem irgendwie hier ja zur not würde ich sagen setz das einfach ohne mich weiter fort weil ich will natürlich die runde da nicht aufhalten probieren nochmal zu join das kriegen wir schon hin ich probiere es nochmal bei mir ist jetzt auch jemand hat da reingeschrieben auch dass das mit 16. Mai hängen geblieben ist ob das vielleicht ein spielstand ist ob irgendjemand einen save hat vor dem 16. Mai im spiel wir sind im 30. Mai gerade ich habe am 1. Mai einen einen save was du bist am 1. Mai ecke nein ich habe einen save vom 1. Mai einen autosave kann auch mal nehmen wir den nochmal sollte Maurice glaube ich auch haben oder ich habe wahrscheinlich einen autosave ja das ist eine gute Idee lass uns mal probieren ja ist gut zum probieren dann wissen wir es würde ich sagen probieren wir das jetzt noch einmal ich will euch dann wirklich sonst nicht aufhalten ach dir keinen stress ich trete schon bei ich wollte gerade nur sagen weil jemand bei mir gerade eben im chat geschrieben hat es gibt ja auch noch andere content creator die schon zugriff auf dieses spiel haben und die könnten jetzt natürlich beitreten aber jemand schreibt bei mir zu recht das wäre für die ein verstoß gegen die NDA ja das traut sich keiner das wäre natürlich eine interessante sache solange sie nicht selber online gehen und einfach in dem spiel drin sind zeigen sie offiziell nichts eine lücke im system also ich muss aber trotzdem nicht ausprobieren weil ich glaube wenn 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 dadurch jetzt irgendwas gesprengt würde dann wäre wahrscheinlich paradox nicht amused ich muss auch ehrlich sagen ich glaube die problematik du mit sowas hast ist ja momentan haben diese NDAs diese lücken aber diese lücken haben wir auch deswegen in den NDAs weil die spielerfirmen uns vertrauen und das ist der beste weg um diese lücken nachhaltig für alle zukünftigen streamer zu schließen und das nicht zwangsweise in eine positive Richtung andererseits hätte ich einen schreienden Spandauer schon sehr gefeiert in der Runde ich muss doch zugeben also nachdem der so groß Töne gespuckt hat es kam doch noch gar kein Video hier vom feinen herr also ich habe ja eben extra noch mal den Federhandschuh hingeworfen und gesagt hier unser Spiel steht dir auch offen aber was für ein feiger Rückzieher da gemacht wurde insofern sind wir doch die Ersten was das angeht wir sind die Ich muss kurz noch mal was geschäftliches klären Ranger wir sind in einem Spielstand wo ich dir jetzt noch was anbieten kann von Russland Oh das nehme ich doch sehr gerne an Ich hätte gerne Moskau In der Zeit St. Petersburg Ne vielleicht Großpolen Ja okay dann nehme ich halt Großpolen Ja Ach für der Krieg mit Russland Ich nehme Großpolen Also Großpolen würde ich gerne nehmen Okay Gut Das müsstest du jetzt gekriegt haben als Nachfrage Ja Jetzt wir hoffen Okay Großpolen ist cool Perfekt Ich finde das wirklich cool für den Mehrspieler Absolut Denk dran dass du noch deine 96 Bataillone da abziehst Achso Während ihr jetzt diesen Russenkrieg führt wollen wir nochmal in Voice 2 gehen und potenziell über die wirtschaftlichen Pläne von Österreich debattieren und ich lade natürlich alle mit offenen Türen ein die sich dem österreichischen Markt anschließen wollen Kopelius Ecke unsere Türen sind offen Ich stoße gerne gleich dazu ich warte allerdings jetzt noch kurz ab Jawohl Momentan schaut es ja nicht schlecht aus Ja Ranger jetzt musst du natürlich zumindest mit einem General oder so Ich warte in Voice 2 bis ich Hallo Das ist so wundervoll wirklich das ist so großartig dass wir hier jetzt einfach den den Markt dominieren werden und uns einfach wirtschaftlich weit über Preußen emporheben können Ich muss auch sagen eine der größten Begeisterungen überhaupt die ich jetzt habe ist dass Preußen jetzt auch nachhaltig auf den sechsten Rang hinter mich gestürzt ist damit dass du dort raus bist da sind Preußen wirtschaftlich echt hart geschwächt weil die bayerische Kornkammer ohne die haben die halt nichts das ist das ist also was was sich mir direkt erschließt ist dass der österreichische Markt dringend Blei gebrauchen kann und dass Bayern tatsächlich Blei vorkommen hat das heißt kann tatsächlich hier profitabel eine Lücke schließen und Werkzeuge bin ich auch gerade schon am Bauen sehr schön so schaut gut aus wir haben den ersten Mai zum Feiertag erkoren nachdem das jetzt auch gerade harte Arbeit war dementsprechend das ist wundervoll und es wurde ausgerichtet man könnte auf Stufe zwei eventuell jetzt wieder wechseln von meiner Seite aus sehr gerne ja habe ich gemacht wir sollten tatsächlich noch mal gucken genau also wir sollten mal gucken wie sich der Markt natürlich verändert wenn die Schweiz auch noch reinkommt weil deine Produkte dürften ja auch nochmal Auswirkungen haben das heißt ich stelle jetzt an Österreich du hast schon eine Anfrage du musst nur noch dich geleiten lassen so heißen wir neue Freunde willkommen ein wenig schweren Herzens ist das schon so unabhängig wie wir die letzten Jahrzehnte waren und plötzlich Teil einer Union aber man sagt ja gemeinsam sind wir stärker und united we stand in dem Sinn großartig da musste erst ein Österreicher kommen dass die Schweiz tatsächlich jetzt hier ein Handelsabkommen beitritt ich weiß nicht ob das so gut ist jetzt können wir erstmal noch ein bisschen beobachten wie sich der Markt jetzt verändert weil es wird jetzt noch ein paar Umschriftungen geben wahrscheinlich also ich habe mir das angeguckt Maurice es wird was geben aber es wird nichts großes geben weil nämlich die also Coppelius hat nicht sehr viele Fabriken bitte was ja stimmt also ich habe auf jeden Fall gedacht dass ich jetzt Blei fördern werde weil Blei haben wir gar nicht und Bayern hat Vorkommen ich glaube da kann ich gut was helfen und ich bin am Werkzeuge Fabriken ausbauen ansonsten ist natürlich weiterhin ganz klar bei mir dass die Bierproduktion weiter rollen muss ich sehe der österreichische Markt hat da da ist das Bier noch nicht ganz so günstig für das Volk zu holen leider nein da habe ich noch Aufholbedarf wir haben den Kräuterlikör dafür ordentlich konsumiert in den letzten Jahrzehnten deswegen wäre das so mein Fokus Blei Werkzeuge und Freibier womit auch Lebensmittel mitkommen weil es die gleiche Fabrik ist und den Rest könnt ihr gerne unter euch aufteilen produziert jemand von euch schon in einem größeren Stil Glas ich ein bisschen ähm ich habe drei Glashütten aber da kannst du natürlich gerne auch schon auch noch mitmachen ja also ich muss ich muss ich habe immer das Gefühl ich muss sehr vorsichtig sein ähm wenn ich frage was ihr produziert weil wenn du sagst du produziert du hast drei Hütten ähm ich habe halt mir wird unten schon angezeigt wie viele ich habe oder wie viele ich haben könnte da werden mir meine gültigen Ziele angeboten ja ich habe bis jetzt habe ich neun ähm und ich muss habe immer das Gefühl ich muss da ein bisschen bremsen dass ich quasi eure Wirtschaft nicht überschwemme weil ich habe 25 Glashütten Ziele die ich setzen kann das ist sehr viel ja gut ja gut aber das beste ist eigentlich normalerweise dass du die nicht überall in alle Staaten setzt sondern am besten spielt man toll also dann dann sind die nämlich auch effizienter als dass du in einem Staat die Produktion von einer Ware konzentrierst ja das das versuche ich auch das mache ich auch aber ich habe einfach sehr viel Staat wenn du mehr Glashütten baust habe ich davon auch nochmal Profit weil dann ja mehr Bleibedarf besteht das heißt das können wir gerne machen ach ja genau weil wir quasi Bleiglas produzieren ja sehr schön und ansonsten ist auch noch was wo sich noch jemand draufsetzen kann ist Kleidungsproduktion also normale Kleidung weil die ist auch gerade sehr krass in Bedarf da haben wir das größte Ungleichgewicht glaube ich da haben wir minus tausend zwischen Angebot und Nachfrage und normale Möbel die Chemiefabrik von der Schweiz wollte ich gerade eben mal fragen kann die einen Modus Operandi einstellen bei der ihr auch Nitroglycerin Sprengstoffe herstellt ist glaube ich Moment ich muss nachschauen weil das glaubt das haben wir noch nicht warte ich muss nachschauen ja schau nach das war jetzt bei der bei der Waffenproduktion glaube ich gell nee nee Chemie Chemie genau äh was da haben wir sie ähm muss meine Steuer leider ein bisschen erhöhen langsam gehen meine Goldreserven doch ein bisschen zu sehr bergab das macht mich nicht mehr glücklich nein habe ich glaube ich noch nicht drin also zumindest das wird mir da jetzt nicht angezeigt ich kann beim Sprengstoff aber dann fehlt dir wahrscheinlich die Technologie Nitroglycerin oder nehme ich mal an nehmen wir mal an ja ich habe das ich habe zwar vorher ist da schon was gekommen aber ich glaube das war nicht es war glaube ich aus dem gleichen Stamm aber nicht glaube ich das Nitroglycerin ja weil die schauen wir schnell nach Technik äh ich wollte bloß fragen das wäre nämlich cool gewesen ansonsten ich habe selber lösen ich habe Nitroglycerin freigeschalten und verbessert das Dünger Moment du musst die gar nicht wegbekommen tatsächlich ohje was ist denn das ich kann Kunstdünger auswählen und ich kann beim bei Sprengstoffe die Düngerproduktion oder das Leblanc Verfahren auswählen das Leblanc Verfahren ok ja passt du produzierst nämlich 18 Sprengstoffe und rettest damit quasi äh meine meine Bergleute also eigentlich rettest du sie nicht weil die jagen sich damit teilweise selber in die Luft also auslegung gut Geld bringen weil Sprengstoffe hat ja bislang niemand produziert gehabt dürfte dir auch ein gutes Einkommen schenken eben ist ein bisschen verwirrend weil eben es steht das Leblanc Verfahren drin aber es wird nicht eben es wird Sprengstoff produziert deswegen es wird nichts angewiesen oder irgendwie ausgewiesen dass es um Nitroglycerin dabei geht deswegen das muss man einfach wissen ja genau dass das so zusammenhängt einfach gut und was haben wir vorher gehört mit Kleidung glaube ich genau ja Kleidung fehlt auch viel ich habe da nämlich glaube ich schon auch zumindest ein bisschen etwas ich glaube Kleidung in der Masse wie wir sie haben werden wir generell echt viel brauchen ich habe auch zwei Gebäude quasi die Staaten ich habe nur noch ich bin da noch am überlegen ob ich auf Färbereien auch hochgehen soll wegen aber wegen Färbemittel weiß ich nicht ob das schon jemand von uns herstellt nee Färbemittel kannst du in Kolonien herstellen wir können das nur importieren aus dem Ausland das müsstest auch du machen Pia du musst dann halt einfach weil du bist die einzige mit dem Hafenanschluss bei uns das heißt ich mache eine Handelsroute auf neue Importroute und suche mir quasi Färbereien raus right genau richtig ja so Artillerie auf dem Markt ist relativ teuer bei uns anscheinend also wird mir angezeigt ja das kann sein ja ich ich meine das heißt jetzt dass die Anfrage das Angebot relativ gering ist nämlich am an das Angebot ist sehr gering ja soll ich meine Waffen es gibt einen Saldo auf dem österreichischen Markt von minus 118 also es fehlen satte 118 Einheiten wenn du jetzt bedenkt dass deine Militärfabrik gerade mal 15 produziert das ist eine Menge was fehlt soll ich meine Waffenproduktionen auf Artillerie umstellen das würde Sinn machen tatsächlich aber du musst auch gucken ob die dann noch wirtschaftlich laufen ich schau mal es an aber eigentlich müssten sie fast wirtschaftlich laufen bei dem Preis um 1,99€ Stürmermarkt da 2 bei mir geht wirklich die Einnahmen gehen jetzt hier ziemlich rapide hoch mit diesen Werkzeug Fabriken das ist doch wundervoll der österreichische Markt da kann man echt und äh sagt es ihm nicht aber der war schlecht ne ich nutze halt gerade meine ganze Bau kapazität aus da war ich vorher bei minus 10k jetzt bin ich nur noch bei minus 3k das heißt kann viel mehr expandieren im österreichischen Markt und den bayerischen Wohlstand vorantreiben und das Freibier jetzt waren wir noch ein paar Lebensmittelfabriken ne erstmal Bleiminen Freibier muss ja irgendwie finanziert werden und dann mal schauen jetzt Mörp inzwischen hat übrigens das Armen Gesetz bei mir einen Erfolg von 47 Prozent bin sehr gespannt was passiert wenn das jetzt beschlossen wird aber für mich ist das halt eindeutig also das Armen Gesetz ist halt Freibier bei mir die kriegen jetzt alle gratis Bier und wenn mich das in Druin stürzt dann muss es halt so sein dann besteuern wir irgendwas anderes ich bin sehr gespannt wie das mit dir reinhaut ich bin nun eine konstitutionelle monarchie bei der der adel die gesamte macht hat finde ich gut hui so ich exportiere jetzt Wein unter anderem auch nach Preußen ich finde es aber übrigens total lustig was das Spiel an interessanten Multiplayer Sachen bietet weil du über so andere Sachen redest als in Crusader Kings ich finde das total cool gerade so zu gucken okay du machst irgendwie Blei und du machst die Artillerie die aber mit Sachen aus meinen Fabriken gebaut wird und so total interessant finde ich für so eine Multiplayer Runde irgendwo das stimmt aber das finde ich auch ziemlich cool so ein Spiel hat einen meinen Augen gefehlt das man nicht immer nur so auch man kann das ja auch eiskalt ausnutzen also theoretisch also der Move den du gemacht hast sozusagen mich damit abschneiden und aus dem Markt rausgehen das kann man auch strategischen Move benutzen um den anderen mitzuzwingen natürlich das war ja auch bei mir überhaupt nicht irgendwie einfach Blödheit sondern natürlich hast du komplett erkannt dass ich einfach extrem clever gespielt habe und ich nicke alles so beabsichtigt war selbstverständlich und ziehe meinen Hut davor ja hast du eine Melone eigentlich auf ja natürlich ich habe sogar mehr als die Melone sehr gut hat man einen Monokel von euch ich wollte eins leider habe ich keins auftreiben können selbst mein guter Kumpel Jochen der tatsächlich sehr viel elegante Kleidung für Männer besitzt von ihm habe ich zumindest einen Zylinder mir geliehen das habe ich aber selbst er hatte keinen Monokel und dann dachte okay verdammt wenn nicht fällt leider eins also Funfact ich trage tatsächlich mein Hochzeitsgewand gerade eben geil das ist auch das was auf dem auf dem Foto drauf ist also ich habe wirklich in so eine verrückten Kleidung geheiratet voll schön ich habe neulich erst darüber geredet im Stream ich eigentlich ist es schade dass Männermode irgendwie so viel langweiliger geworden absolut das stimmt und ich wäre eigentlich gerne und ich glaube ich werde es auch ein bisschen anstreben ein bisschen mehr dandy als ich bislang war ich glaube es geht ein bisschen mehr dass man ein bisschen irgendwie so wie Murb auch dass man auch dann dass man ein Zeichen setzt ab und an so ich habe ja sogar meinen Bart geschnitten dafür ich trage einen Backenbart das ist nämlich dedicated um so einen Angizismus Teil da reinzuwerfen ja wirklich gut und ich stimme dir da komplett zu Maurice das habe ich schon so oft thematisiert ich finde es furchtbar männer-mode heutzutage du gehst einkaufen das ist alles das gleiche ja auch farbtechnisch alles das gleiche also es ist selbst wenn du einfach mal nur irgendwie allein schon wenn du nur mal ein Jackett irgendwie in rot haben willst was ja nicht mal irgendwie mega ausgefallen wäre so ein dunkles Bordeaux-Rot da suchst du schon ewig in der Innenstadt hast Stockwerke voll grau blau und schwarz genau das sind die klassischen Farben ja und das ist also ich meine immerhin habt ihr immerhin habt ihr Hosentaschen das stimmt das ist richtig ja unverständlich dass das bei bei Hosen für Frauen nicht der Fall ist ich verstehe es nicht ja die wollen einfach die Handtaschen tatsächlich glaube ich dazu verkaufen also meine Frau beschwert sich auch immer wieder darüber dass sie nicht einmal einen Schlüssel in die Hosentasche stecken kann und immer eine Handtasche mitnehmen muss ja also ich will damit auch tatsächlich keineswegs unterm Strich haben Frauen immer noch sage ich mal mehr Schwierigkeiten was weil an neun von zehn Tagen bin ich ja ganz froh dass ich mir als Mann keinen Stress machen muss und so ach hast einfach ein nettes Hemd immer gleich aussehendes Jackett und bist damit für fast jeden Anlass gewappnet aber es gibt diesen zehnten Tag wo ich denke aber eigentlich wäre es auch mal cool so richtig fancy individuell einen Akzent setzen zu können wie es halt mit 10.000 verschiedenen Typen von Kleidern und sowas dann doch geht das ist nur einer von zehn Tagen weil neun Tage bin ich faul aber diesen einen Tag gibt es wo ich denke ach eigentlich ist schade und an den anderen neun Tagen freue ich mich Hosentaschen zu haben wie Pia sehr richtig sagt ich muss sagen der größte Leidensweg den ich für den Stream heute habe ist dass ich eine Korsage trage und ich bin glaube ich noch nie so gerade gesessen in meinem Stream aber sie ist zumindest zu groß das heißt ich kann atmen während ich gerade sitze das ist aber Aufopferung holy shit Respekt das heißt nicht man muss die ganze Zeit unter diesem gräßlichen Österreich-Land ohne Übung leiden sondern du hast es die ganze Zeit auch noch in Korsage getan oh mein Gott die Korsage war worth it Österreich ist soeben in der Länderprestige Weltmachtkarte wieder auf Platz 4 hochgesprungen vor Amerika sehr schön sehr schön wir holen uns die Markt Vorherrschaft zurück Preußen ist nur noch Platz 6 ich profitiere gerade so krass vom österreichischen Markt ich bin jetzt im Plus obwohl ich nebenbei zwei Gebäude baue das war auch eine Weile schon nicht mehr so richtig gut damit die Schweiz auch ein bisschen was dazu beiträgt möchte ich noch anmerken die Schweiz ist Nummer 1 weltweit was die Alphabetisierung angeht also ein bisschen Bildung zumindest 70% bei uns können schreiben und lesen 70% 70% wir haben 40% meiner Bevölkerung können diese Nachricht zum Glück nicht lesen sehr gut nicht gut ausbauen verbessern ich bin jetzt irgendwann auch schon mal auf 50% womit ich Platz 15 in der Welt bin das ist gar nicht mal so scheiße da muss man Universitäten bauen glaube ich das ist sehr süß ich habe ein paar gebaut vorher um die Eisenbahn schneller zu erforschen ich glaube daran liegt das so ein bisschen und jetzt können wir auch noch Backpulver benutzen geht ja voll ab hier aber jetzt eine grundsätzliche Frage nachdem wir jetzt da in so einer Zollunion sind wenn ich jetzt sage also was für Möglichkeiten habe ich jetzt als Teil dieser Zollunion weil wenn ich jetzt zum Beispiel auf Markt gehe oder jetzt irgendwie unten in der Handelslinse jetzt auswähle Exporthandelsroute und ich beispielsweise jetzt auf Getreide gehe dann ist das jetzt aber etwas was die gesamte Union jetzt betrifft oder geht es dann aus meinem Gebiet aus meinem Land dann quasi raus weil wenn ich jetzt darüber fahre sehe ich Getreide aus dem Markt Österreich zum Markt zum Beispiel Sizilianisch exportieren äh nee du exportierst das aus dir raus aber das ist trotzdem derselbe Markt also alles was du produzierst ist frei auf diesem Markt verfügbar aber du kannst natürlich auch bestimmen dass du bestimmte Waren aus deinem Land direkt exportierst und damit entziehst du sie dem österreichischen Markt ah ich verstehe ok ok alles klar alles klar währenddessen wenn du jetzt zum Beispiel Waren importierst also zum Beispiel Schoki also nur so als Spaß das gibt es ja momentan noch nicht dann würdest du es aber komplett auf den österreichischen Markt importieren zwar in dein Land aber es wäre frei verkäuflich im gesamten österreichischen Markt ah ja ok 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 so ich glaube wir müssen uns trotzdem langsam wieder nach oben bewegen weil die führen da Kriege mit Russland ohne dass wir das mitbekommen das stimmt und ich glaube das sollten wir uns nicht vorenthalten lassen weil sonst fallen die als nächstes noch bei uns ein ohne dass wir es merken das ist richtig aber wir haben ja jetzt eine gute Alter ich bin so reich gerade das ist Hammer zwischen dem Handel noch das ist richtig gut das freut mich sehr das klingt wundervoll ah dieser österreichische Markt Leute die Handelsgemeinschaft Österreich ist zurückgekehrt habt ihr alles überdacht und wollt ihr euch uns anschließen vielleicht auch noch ja wo ich so sag dann nicht wenn ihr so nett fragt Finnland hat seine Farbe gewechselt das ist nicht so gut es gibt ein Finnland nee nee Finnland gibt es nicht oh oh ja oh oh ist das Wort das wir suchen wir sind wir sind gerade noch ein bisschen am rätseln vielleicht weiß ja einer von euch das du hast ja auch viel Spielzeit warum oder wie kann es sein dass permanent in jeder Schlacht von mir weniger Truppen eingesetzt werden als von Russland weißt du wovon das abhängt tatsächlich ist mir das auch ein komplettes Rätsel ich kann mir höchstens vorstellen dass es irgendwie mit irgendeiner Technologie oder mit einer Fähigkeit der Kommandeure zusammenhängt das möchte ich mir zweifeln das war schon seit Stunden so mit Finnland das ist mir gar nicht aufgefallen vielleicht aber einfach dass sie mehr haben ja genau dass der einzelne Kommandeur in seiner einzelnen Armee mehr hat glaube ich auch ja das ist der einzige Unterschied hier also zum Beispiel Zitten hat 50 und er hat 140 ja das Problem ist man kann die ja nicht mehr zusammenlegen lassen sobald die einmal mobilisiert sind die Anzahl der Radikalen reduziert sich ich hab's geschafft ja ich bin so froh für dich wir sind im Plus Entschuldigung ich habe auf zu schreien ich bin gerade einfach nur glücklich wir waren auf 1,6 Millionen pro Runde die sich radikalisiert haben und jetzt sind wir auf plus 14.082 die sich entradikalisieren ich bin zufrieden alle Ziele geschafft für heute ja dann Chi Chi ich setze mich jetzt alle in Defensive hast du gehört Ranger also du würdest mal versuchen 1,2 Genrede zu entlassen also du hast ja du hast ja welche auf Maximalschuf hast du gesagt ne ja und da siehst du ja eigentlich wenn du auf den klickst wie viel also wenn du irgendwie die Bitalionsanzahl aber wenn ich oh die sind unzufrieden wie kriege ich denn die Aristokratie jetzt raus ich meine die sind mega unzufrieden gerade dafür sind die Landbewohner jetzt zufrieden sicher dass sie nicht einfach in die Garnison zurückkehren weil ich habe bei mir in den Garnisonen auch noch Einheiten rumstehen weil die keinen General haben nee nee befördere mal befördere mal deine Generäle das habe ich schon gemacht aber wenn ich jetzt die Intellektuelle und die Landbewohner rauspacke und die rausnehme dann habe ich halt keine Legitimierung mehr also dann ist meine Legitimität am Arsch das hat sich jetzt ein bisschen durch den Krieg geändert aber jetzt die sind nicht mehr bei der Maximalschrift ich kann halt die Aristokraten nicht rausschmeißen ich habe ohne die Aristokraten die haben halt 40% also auch wenn ich alles andere reinsetze aber warte mal der kämpft gegen 24er ja da ist es ein schwächterer General ich verstehe nicht genau warum aber ich kriege die Aristokratie nicht raus ohne meine komplette Legitimität zu verlieren und ich weiß nicht wie ich das verhindern kann also Ostern fragt nach einer Zollunion wie geht das wen was das wäre so geil jetzt dem Russen auch noch beitreten machst du ne ne ich hatte es schon vorher gesagt ich warte weil mein König Aristokrat ist entweder der Russe oder doch der Päuse weil ich selber Aristokrat bin kann ich das nicht rauspacken weil ich selber aristokratisch bin welchem Hauptquartier hast du welchem General zugewiesen also wenn du zum Beispiel da wo die jetzt die Garnision das heißt ich müsste meine Regierungsform ändern das läuft ja über diese Strategie aber das kann ich noch gar nicht und wenn der General der zu dem Hauptquartier dazugehört zum Beispiel keinen hohen Rang hat und die nicht befehligen kann dann werden die zurück in die Garnision geschickt das kann ich noch gar nicht das heißt du musst da wo du viele Bataillone hast da musst du den General haben mit dem hohen Rang glaube ich also der Russe fragt es schon wieder nach ob ich denn doch nicht beitreten soll äh jetzt jetzt könnt du mal reden weil du glaube ich komplett überall auf Defensive gegangen bist genau und jetzt bin ich aber wieder in die Offensive gewechselt mal gucken wie es jetzt aussehen wird das aber auch immer nur eine Schlacht gleichzeitig stattfindet ne also normalerweise können schon mehrere Schlachten gleichzeitig stattfinden ich hab das schon gesehen also dann hast du mehrere Fronten aber an einer Front nur eine die kleinen Bürger sind sehr zufrieden gerade aber die Front zwischen Preußen und Russland ist halt eine eine langgezogen du kannst nee nee warte mal du kannst mit deinen Schiffen eine Seeanlandung und dann hast du eine neue Front aber die sind noch die haben 50 Schiffe ich hab 5 ja okay das kannst du vergessen dann musst du froh sein wenn sie bei dir nicht anlanden dafür haben wir ja noch das tapfere Mecklenburg ja wieso ich bin schon lange hier an der Front das unterdrücken oder du hast eigentlich irgendeinem von diesen Kriegen dabei gerade wer wer warum sind die denn so zufrieden gut dann kann ich mir ah wir haben auch noch kein Gesundheitssystem wir könnten auch überlegen ein Gesundheitssystem einzuschaffen wenn wir das mit der Berufsdings haben theoretisch gesehen dass die längst fällig werdenden ähm um die Rivalität mit aufzulösen so jetzt hab ich's so die Briten gewinnen hier den Krieg ah jetzt ist wieder ein Minus aber wir haben die Steuern auch erhöht das macht einen großen Unterschied also das das kann ich jetzt überhaupt nicht nachvollziehen die haben jetzt auch den die haben jetzt einen Offensivwert von 44 unsere Kleidung ist auch der Russland hat 49 Defensive und trotzdem geht es einfach kontinuierlich nach rechts da fehlt Kleidung das Fuck ja das ist merkwürdig kannst du nicht auch die Aristokratie zufrieden machen ich könnte meinen Fokus auch versuchen darauf zu legen die Aristokratie einfach glücklich zu machen ja aber die stehen meistens konträr zum Rest von dem was ich eigentlich umsetzen möchte da ist der John Seaton wohl der Held der ganzen Geschichte und nicht der Blücher das ist alles schwierig gerade Truppenqualität kann es ja nicht sein weil die Truppenqualität wird ja durch den Offensivwert wieder gespiegelt die wollen leider immer noch nicht und der ist ja eigentlich höher ist bei mir auch auf dem höchsten deutlich höher ist es vielleicht also tatsächlich habe ich das selber überhaupt noch nicht durchschauen können warum man manche Schlachten gewinnt und welche nicht ich habe auch ganz oft gesehen dass manche Fraktionen in der Offensive gegen zahlenmäßig überlegene Truppen trotz krassen Mali gewinnen warum völlig undurchschaubar für mich also ich schlackere mich durch finde ich meistens noch nachvollziehbar das kannst du eigentlich ganz gut an den Werten feststellen aber was hier das große Rätsel ist wie kommen bestimmte Anzahl von Divisionen in den Schlacht äh Bataillonen in den Schlacht ne also ja das auch das ist auch nicht nachvollziehbar da stimme ich dazu ja also beim Schlachten kann man über diese Detailwerte eigentlich ganz gut bestimmte Dinge nachvollziehen na gut immerhin haben wir jetzt ein bisschen Land erobert allerdings nicht in Großpolen ah aber jetzt ich glaube die Schlacht geht um die Vorhaut irgendeinem Grund will Portugal Luxemburg unterstützen das ist ja das ist der Kriegswille sehr sonderbar ein bisschen mehr Geld zu pushen damit das mit der Produktion hier ein bisschen besser wird was soll das denn und oh ist Frankreich gegen Spanien im Krieg kann das sein anscheinend ja wurde mir auch gesagt und dann wollen wir ja oha ja fast die Gelegenheit für mich mir älteres Lothringen zu holen oder ich weiß nicht ich weiß nicht also der Französer 300 Regimenter aufgeboten der Spanier nur 134 das sieht gut aus da geht das Geld jetzt hoch das sieht gut aus so aber jetzt ist das erste Stückchen von Großpolen besetzt und jetzt wird der damit sollte sich der Markt auch stückchenweise wieder ein bisschen beruhigen Kleidung wir müssen halt immer noch Kleidung importieren und sind auch fast ausgeglichen wir brauchen halt immer noch Kleidung wir kommen nochmal 142 gerade hinzu von Russland ja aber die laufen aus Sibirien los du hast noch ungefähr 20 Jahre Zeit bis die angekommen glaube ich Österreich stagieren wir nicht ich bin damit völlig zufrieden die haben sich dann tatsächlich verteilt auf alle ganz ehrlich wenn Österreich ein bisschen stagniert ist alles super aber irgendwie ich würde sagen du müsstest auch nochmal offensiv ich kann nicht einfach nur die Regierungsverwaltung so einfach geht das nicht aber ich weiß nicht warum die jetzt gerade nicht angreifen okay wahrscheinlich haben die die sind jetzt die sind halt jetzt aber das sieht gut aus was ist denn die für ein Konflikt bei Spanien was kämpfen die denn Bayern gegen Niederlande wollen wir vielleicht nochmal auf Stufe 3 gehen sonst dauert der Krieg gerne ja kann ich machen danke die pandemierten Mitglieder der Heißerszeitung in Österreich haben luxuriöse Partys in den neuen Brechtigen Städten organisiert ähm ja damit die loyaler werden das ist großartig diejenigen die auf die Durchsetzung eines neuen Gesetzes Berufspolizei hinarbeiten mussten feststellen dass in einem besonders komplexen Ablauf bürokratische Vorgänge stecken die Arbeit hin zu den Reformen ist damit nahezu vollständig zum Stillstand gekommen Frankreich will wieder dass ich in seinen Markt komme nein der österreichische ist super ja das höre ich gerne ja der österreichische ist toll da fühlen wir uns wohl ja meine Wirtschaft pusht es jetzt auch richtig schön nach oben es ist wundervoll ich habe übrigens ein bisschen Färbemittel jetzt in unseren Markt importiert für euch die Kleidung bei uns produzieren wollen ja es geht los 81 Offensive jetzt geht es los was übrigens toll am österreichischen Markt ist dass ja Lebensmittel Fabriken produzieren ja Alkohol und Lebensmittel und Lebensmittel sind hoch gefragt das heißt ich kann quasi mit dem Lebensmittel Gewinn das Freibier finanzieren ohne viel extra machen zu müssen extrem praktisch an diesem Markt das ist wundervoll das freut mich so sehr das zu hören also allen Ernstes oh Frankreich möchte den Handelsvertrag mit uns eingehen blöderweise ist gerade die Schlacht da was nicht ein Kriegs hier ist ein bisschen ärgerlich oh ich sehe okay das ist ein bisschen jetzt geht es jetzt geht es gerade richtig gut also ich habe jetzt nochmal den letzten hoch befördert jetzt sind alle Einheiten wirklich im Kampf nochmal weiterschauen so wie kann ich irgendwie was ist der Vertrag um mich durch jemanden durchbewegen zu dürfen äh das heißt irgendwie so komischen Namen ich würde gerne Motoren jetzt bauen weil Motoren ist das was uns fehlt ne das heißt Motoren ich habe gerade gemerkt ich habe überhaupt keine Front zu Luxemburg scheiße ich weiß gar nicht ob das überhaupt geht ehrlich gesagt ich glaube das geht nicht doch es gibt so eine diplomatische Aktion die habe ich schon gesehen und wir haben jetzt das Armen Gesetz Leute bist du im Minus ja aber nur sehr dezent 580 während ich auch gerade zwei Sachen baue das müsste sich finanzieren das ist ja krass dass es bei dir bald weniger Armut geben wird ja weil dieser Krieg ist halt jetzt eine ziemliche Albernheit hier sagt das nicht den Radikalen aus Österreich wir haben noch keinen Krieg geführt ich finde das nicht mehr wir führen nur interne Kriege mit uns selbst aber dafür ändert sich die Anzahl der Radikalen gerade um 137.000 also an Entradikalisierung ich habe tatsächlich das Drama mit der Radikalität in Österreich in den Griff bekommen trotz Diskriminierung trotz eigentlich Mangel der Erfahrung besetzt im Spiel das ist nicht schlecht ich habe das gerade das heißt irgendwie Souveränität verletzen ah hier Souveränität verletzen heißt das aha das klingt natürlich bei deinem Land ein anderes neutrales Land zwingend ich glaube weil die Leute das nicht aussprechen können sonst wie auf seine Grenzen zu bekommen durch Partys Bereiche ja das ist halt echt so liebe Preußen können wir darüber reden dass ich euch durchdarf um Luxemburg zu vernichten aber dann ist er mit im Krieg aber er muss ja nicht kämpfen ich bin gerade allerdings gebunden es geht nur darum dass ich da durchmarschieren darf gibt man Blei zum Glas hin entsteht Glas das aussieht wie Kristall das ist mir schon passiert wenn da gar keiner steht erobert Luxemburg falls sie in die Offensive gehen sofort zum Beispiel das Rheinland oder ich würde ja sofort gucken aus Bayrisch Rheinland die sind ja sofort da ich habe keine Ahnung ob das so funktioniert Dankeschön Raffel überläuft jetzt der Krieg ganz viel Spaß was haben wir Dankeschön Dankeschön was habt ihr geändert wobei ich immerhin noch 50er Stacks sehe also ich sehe da irgendwie noch keine große Veränderung ja ich müsste jetzt quasi also wenn ich die Generale da rausschmeiße dann kann ich die ja nicht wiederholen und das sind gerade die besten die ich habe also wenn ich die Molke rausschmeiße ist er halt weg im Polen auf Quartier was es läuft ja jetzt gibt es zwei Schlachten ich hole mir noch mal du hast jetzt eine Defensivschlacht das ist gut die gewinnst du das ist so bescheuert ich hole noch mal einen neuen General damit ich die 50 wieder mobilisieren kann muss er doch irgendwas machen können hier Gott die Radikalität reduziert sich das ist so schön bin übrigens gerade total happy das will ich auch euch mal daran teilhaben lassen dass bei mir alle Parteien loyal sind teilweise mit bis zu plus 8 plus 12 wie ich scheine irgendwas richtig zu machen nee also ich habe einfach nicht so viele Gesetze erlassen die sie verstimmen also du ich habe wirklich mich zurückgehalten und das hat die mega glücklich gemacht keine Veränderung jawohl richtig also er ist auch Veränderungen vorgenommen für die ich Mehrheiten hatte bei mir ist auch alles friedlich das kommt weil der 93-jährige Großherzog so ein gutes Standing hat also eigentlich könnten sich bei mir die randständigen Parteien auflösen weil die eigentlich sagen müssten das läuft doch also Preußen können wir das mal ausprobieren mit diesem Luxemburg Souveränitätsding bin ja sofort mit meinen Truppen da das dürfte eigentlich kein Problem ergeben du musst das nochmal wiederholen was ich jetzt vorhabe weil ich war jetzt gedanklich komplett an der das nennt sich Souveränität verletzen und bewirkt im Grunde dass ich halt bei dir durchmarschieren kann um nach Luxemburg attackieren zu können du wirst dann weil ich das verstehe das ist alles reingezogen aber musst ja nicht darin kämpfen weil es ja Luxemburg ist also okay ja kannst du machen solange du nicht auf einmal meine Ländereien angreifst nein nein das ist du müsstest dann jetzt ja aber erst halt im Krieg dann mit Frankreich ich weiß nicht wie da eine Beziehung sind und so es hat natürlich Applikationen bringt mir 18 Verrufenheit ach guck mal da hat sich gerade was krass gewandelt dann vielleicht einfach nur Fleisch die Städte wachsen auf Wachsen auch wie so das wundert mich bisschen dass das nicht geht ein Punkt ist wichtig wenn jetzt Frankreich noch gegen Luxemburg mitkämpft dann werden die bei mir einmarschieren ne Frankreich ist da nicht dabei Portugal ist da dabei da könnten wir achso ganz anders sind oder sind sie ja lass uns doch einfach mal probieren dass wir auch mal sehen wie das funktioniert ja ich find das spannend ähm so du kriegst jetzt eine Anfrage so wenn wir annehmen werden wir uns ihm in seinen Krieg anschließen wenn wir uns weigern schließen wir uns seinen Feind an also annehmen wir haben ja auch gerade Produktion umgestellt ja ich fang die ich fang die auch keine Sorge wir haben ja auch zwei Fronten ausstatten was eine routinemäßige Rede über die Vorzüge des Gesetzes von Maximilian von Wrede hätte werden sollen er kam rasch zu einem Wahn der Saas dann in Sachen Öffentlichkeitsarbeit seine Interessensgruppe ooooh stimmt Maximilian von Wrede musste schuld für diesen Rückschlag auf sich nehmen Warnung Warnung Westfront Westfront Ranger da müssen jetzt Truppen hin sonst haben die mir gleich meinen das ist das was ich gesagt habe das passiert instant die überrennen also die können dann wirklich einen Blitzkrieg ich bin da doch schon ich bin da doch schon okay ich wollte bloß sagen also das hat das sind halt drei Länder instant in die Hände gefallen also auch für die Zuschauer das geht blitzschnell man darf keine Front offen lassen da ist die ganze Montanindustrie die finanzieren den Krieg hier ja die werden jetzt alle vernichtet die Niederlande hier Bayern stürzen uns schon wieder ins Unglück erst verlassen sie unsere Zollunion jetzt passiert das das ist gar nicht wahr ich werde ich erringe einen glorreichen Sieg also eigentlich verlierst du gerade eben diese Schlacht Maurice ich sehe sie gerade und zwar sehr sehr mit Pauken und Tropez ich habe ja da 24 Leute gegen seine 18 ich mache da unten noch die das hat mir auch die ganze Zeit gedacht das ist das worüber wir jetzt schon 20 Minuten schon grübeln was das bedeutet ja jetzt geht gleich noch ein Stück von Westfalen verloren ich dürfte das alle nicht so eng sehen ich bring mal ich bring mal eine Armee rüber jetzt verzettel dich nicht es läuft dir gerade so gut an der Ostfront aber bei NRW sooo ach NRW ich werde auch überschätzt Maurice da kämpft Portugal wegen Eisen schauen Eisen brauchen wir gar nicht mehr so viel gerade ich habe immer noch mehr Leute Fleisch aber immer noch und wir brauchen Luxus auch immer noch tatsächlich nicht ganz kapiert ich bin auch bei euch das habe ich mich auch schon häufiger gefragt wie kommt es denn wer wie viele Leute in die Schlacht schicken kann das wissen wir nicht ja das ist meines Erachtens das ist ein Zufall ja wäre halt cool wenn es irgendwie mal erwähnt wäre aber auch das Tutorial schweigt sich darüber aus was brauchen wir denn ach wir brauchen gar keine Kleidung mehr gerade guckst du mal doch Luxuskleidung wir müssen unsere Eisen wieder nochmal ausbauen Entschuldigung ein bisschen in Luxuskleidung pushen das Gesetz ist tot hört hört das können wir aufgeben das wird nichts die Schweiz hat Zentralbanken freigeschaltet großartig als kleiner Hinweis das ist für die Welt glaube ich gut now it begins da werden also die Goldreserven hin verschoben ja oder ey ja und jetzt nehme ich Niederlande ein ich will darauf hinweisen dass ich das Schlachtenglück bereits gewendet hatte aber natürlich freue ich mich über die 200 preußischen Regimente die jetzt hier über die Niederlande hereinfallen hervorragend ja es ist also ich man kann es doch auch so sehen es ist halt für einen Strategen ungewöhnlich aber wir sind ja so Herrscher und man sagt seinen Generälen bitte erobert oder beteiligt die Ostfront oder erobert Großpolen aber was sie dann wirklich machen und was da rauskommt das steht auch ja das stimmt aber mein König ist auch gleichzeitig Befehlshaber vielleicht ist er auch ein bisschen betrunken manchmal ja nee er hat eine gespaltene Persönlichkeit nee warte er ist doch schwachsinnig oder nicht oder er verweigert seinen eigenen Befehl Ranger schwachsinnig war der aus Byzantinisch Reich der Kaiser der Schwindler ist er so übrigens Baden wurde zum Vorreiter in Sachen Lokomotiven ich habe schon zwei Events im Zusammenhang damit abgeschlossen warum ist Stettin eigentlich gefühlt größer als Berlin also von der wahrscheinlich weil mehr Gebäude drin sind schon das ist auch da sind irgendwie mehr auch Adels also mehr so sexy Gebäude drin also Berlin ist so ein bisschen da sind mehr so sexy Gebäude drinnen bitte was so ein bisschen besser aussehen nicht so möchtest du uns einmal erklären was ein sexy Gebäude ist einfach nur also Kupferdach drüber unsere eigene ja würde mich auch interessieren tatsächlich erzählen uns noch ein bisschen mehr über die sexy Gebäude ich kann dir sagen warum es so groß ist weil der gesamte preußische Handel läuft komplett über Stettin es hat ein Gebäude mit Handels mit Größe 100 habt ihr bei euch schon Straßenlaternen etabliert äh ja aber die brennen mit Kohle was ich mir irgendwie ein bisschen komisch vorstelle ja so Kohle Lämpchen läuft einer rum und zündet einfach so ein Kohlestück an schmeißt das da um rein das wunderbare Land Mecklenburg hat hier den Lebensstandard für seine Leute auf Platz 8 weltweit nicht schlecht das ist auch eine ordentliche Ansage wo sehe ich das denn oben einfach den Lebensstandard geben von der Stadt quasi oder von deinem ganzen Land da oben der Durchschnitt ach so du meinst den insgesamten Durchschnitt genau Durchschnitt und daneben steht dann wie viel weltweit tatsächlich den besten Lebensstandard Europas hast du damit ja wie schlecht der Rest Mecklenburg Leute ich hab's doch gleich gesagt wo ist die wo ist der Eiffelturm jetzt aber wo sieht also ich sehe nur was ich für einen Lebensstandard wert habe aber nicht welchen Platz ich habe glaube ich ah doch da ich will das gar nicht sehen ich glaube deswegen weiß ich das nicht wie viele 21 weltweit wie viele Länder gibt es denn insgesamt in dem Spiel ich scrolle ah ich muss lange scrollen dann ist alles gut wir sind Platz 45 ich dagegen bin jetzt immerhin mal auf Platz 11 der mächtigsten Nationen und bin jetzt eine Mittelmacht das Problem ist ich muss jetzt auch noch ein bisschen mehr Prestige zunehmen um das auch zu bleiben aber wir geben unser Bestes ich bin jetzt leider etwas gefallen auf 28 also weit abgeschlagen ich bin immer im Krieg aber du bist auch Preußen meine Radikalen steigern sich gerade wieder weil der Lebensstandard fällt aber der Markt ist naja das sind alles die also Steinwein ich bin dir auf den Fersen ich bin schon auf Platz 17 was den Lebensstandard angeht ok weltweit wohlgemerkt du bist auf Platz 7 du bist auf Platz 7 oh wie er lacht na aber hier oben an der Küste ist sowieso am schönsten das ist einfach das Meer der weite Himmel also du bist nur 2 2,5 Punkte von mir weg ne das geht schnell einer Punkt ist 4 Entschuldigung aber die Zugänglichkeit zum Markt ist bei dir auch nicht so gegeben ne ja das sind kleine Probleme die sich jetzt ok wir müssen das Minimal ja das mit dem Markt hinkriegen holen wir brauchen Fisch einer nur ne einer ist keine wir brauchen ganz viel mehr Fisch aber Zucker ist plötzlich ein Problem geworden ich weiß nicht warum äh kann ich mal Zucker einnehmen meine Kapazität ja klar klar mach ich auch noch eben aber du kannst dann wir brauchen ganz dringend mehr Fisch den Straßenerhalt ja aber das finde ich total verschwendet also für diesen einen Punkt ich habe da einen anderen Erlass der meine Produktion davon profitieren die Menschen weil sie halt viel verdienen aber tatsächlich kannst du beide Erlasse glaube ich laufen lassen kann man mehrere Erlasse auf einen also ich habe in Hannover habe ich den Fertigungsförderung dann habe ich noch die soziale Durchlässigkeit und den Straßenerhalt dass du das sagst aber ich glaube von diesen Fertigungserlassen und so weiter kannst du nur einen auswählen Getreide einschieben Dankeschön für die 10 verschenkten Saps um Gottes willen die große Flut von Ostschweiz was ist denn da passiert vielen 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 Dank die Flussdeiche überall in Ostschweiz sind gebrochen die Schäden an Gebäuden und die Opferzahlen sind beispiellos oh Gott das ist so süß für dein Paradies Mecklenburg für dein Paradies Nummer 6 bin ich schon hauptsächlich ich rede von von den großen Opferzahlen bei der bei der Flut und dann das nächste was folgt es wird ein Paradies es wird ein Paradies wenn es kein Wunder der Großherzog der wird es hier noch ein Helden wow ich dagegen bin jetzt gerade also Leute hier das 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 Freibier es fließt der österreichische Markt ist perfekt für Freibier was leider auch fließt ist tatsächlich die große Flut ich habe in der Ostschweiz 100% Verwüstung oh Gott wie sieht es denn da aus wo es geht eigentlich mit 100% Verwüstung hätte ich gedacht da ist ein bisschen mehr Feuer bei dir die Staatsregion bekommt 80% Verwüstung wenn ich eine andere Sache noch auswähle ohli moli Hannover du hattest doch gesagt wenn wir die Russen besiegen dann bist du überzeugt von der Stärke unseres Marktes ja es ist so dass ich tatsächlich mich noch einmal kurz erweitern möchte also ich werde ich verbessere gerade meine Beziehung zu dir und ansonsten werden wir dich überzeugen das war eine Abmachung unter Adelshäusern das ist die erste Abmachung die sonst gebrochen wird mit Preußen ja wir sind auf Privatschulen naja weil weil hier Privatschulen gepusht werden gerade und ich möchte dass meine Armee also meine Politik mich besser unterstützt ja und deswegen Privatschulen aber dass meine Radikalen gerade wieder höher werden ist schwierig das ist ja ähm seid ihr nicht auch der Meinung nicht so geil gerade ähm oh damit die Aristokratie mich wieder mag ne haben wir nicht dadurch dass du aus dem Markt ausgestiegen bist ja ich musste ja ok ich verbessere meine Beziehungen welche Beziehung hast du zu mir unser Bündnis wieder aufleben zu lassen ich arbeite daran diesen Fisch in den Griff zu bekommen das wäre fantastisch denn äh ich denke dass ihr genauso wie ich auch der Meinung seid dass die äh Deutschen in Elsass-Lothringen wieder ein deutsch das ist nicht gut gerade äh zugehörig sein sollten und weil das Süddeutsche sind und mein Volk darstellt wäre es doch sinnvoll die Franzosen auf diese Art und Weise zu schwimmen ja ja der Einfluss ist gesunken das ist richtig richtig gut die Industriellen übernehmen quasi kurz mal so als Funfact weil wir ja immer sagen die Industriellen theoretisch gesehen rein ähm den Krieg den wir gefühlt haben der eigentlich nur ein paar Jahre ging hat mich 5 Millionen gekostet aber die Industriellen würde ich mit reinkriegen ouch ja und das würde ich gerne machen Entschuldige ja ich wollte dich nicht unterbrechen aber ich frage eine Frage an Maurice jawohl damit wir die Industriellen hier mit reinbekommen in die Regierung ja das Problem fiel mir auch gerade auf ähm das nächste glaube das stimmt Württemberg wie wärs Elsass Lothringen erobern ja also tatsächlich bin ich da dabei vielleicht macht ihr ja auch Österreich ein Minenschlacht den Meeren ist eingestürzt im Krieg gegen Frankreich du wärst diejenige die mächtig genug wäre Moment ich hab gerade ein Grabenunglück ein Minenschlacht den Meeren ist eingestürzt sodass die Bergleute in den dunklen Stollen unter der Erde gefangen sind das schiere Ausmaß das Unglück sorgte dafür dass man den Meeren und der ganzen Nation davon gehört hat ja die können doch nicht lesen wie konnten die denn davon hören äh achso wir wollten Krieg ne ja ich bin gleich bei euch Entschuldigung ja das sind Barden Barden sind das bei euch ja die müssen wir verbieten ähm oh das finden die nicht so gut egal passiert äh Krieg mit wem wollt ihr Krieg? Frankreich denn nur so können also wir würden zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen ich würde damit Elsass Lothringen bekommen und damit würde der Markt zu äh Maurice seinem Luxemburg angeschlossen werden das ist nämlich gerade eben ausgeschlossen ich soll mit Frankreich Krieg führen damit Luxemburg Teil unseres Markts wird ja und was hab ich davon? gar nichts hier mach mal weiter glückliche Marktteilnehmer die sind doch schon glücklich hat Maurice nicht die ganze Zeit darüber geredet dass er mehr Reichtum hat als jemals zuvor? ich bin so reich ja dann verstehe ich diese Anfrage gerade nicht Platz 5 im Lebensstandard wollte ich kurz erwähnen wow ich glaube ich muss mein Militär Preußen hat mich eingeholt ich kann keinen Krieg führen das kann nicht sein ach dieses Preußen schon wieder jetzt aber schnell wo ist denn jetzt unsere Entnahrung? wo sind unsere Werkzeuge Maurice? Maurice wir brauchen Werkzeuge der Markt er kippt ich bin doch ich hab doch so viele wir brauchen mehr mehr Werkzeuge mehr mehr Werkzeuge dringend mehr Möbel das kann ich denn noch erforschen was uns noch mehr Württemberg ja mein Freund nun wenn ihr mir Elsass Lothring zusichert werde ich euch unterstützen und ihr könntet wieder glorreich vereint sein das sieht nicht gut aus gerade mit euren Freunden ja genau Moment wie meint ihr das euch Elsass Lothring zusichert? genau also ich bin natürlich als als Preuße sehr stark interessiert daran Elsass Lothring zu sichern wenn ich da so höre was da so abgekompatiert ihr meint ich soll dann wieder in euren Markt wechseln das wäre auch möglich ja mittlerweile sind dort auch sämtliche wechselst du gerade zurück wolltest du nicht dass ich gerade Krieg für dich für Frankreich führe damit du jetzt wieder in den anderen Markt alles klar okay ja aber du hast ja nein gesagt so so treu ist der österreichische Markt also na super das ist ja toll ja ne das ist ja auch ich höre mir nur das Angebot an meine liebe Kaiserin unser Markt ist auch durchaus stabil mittlerweile es gibt keinen Mangel an bestimmten Grundbedürfnissen kleinere Querulanten die vielleicht mal zwischendrin befriedigt werden müssen aber sonst wir brauchen ein bisschen Spirituosen aber die holen wir uns jetzt mal ich hab keine Konvois mehr ja das Freibier ist nachher Panken gekommen das ist mir natürlich bewusst portiere ich jetzt aus Österreich zack fertig also wie gesagt noch haben wir gar keine Entscheidung getroffen ich höre mir nur Angebote an natürlich würde es das Problem für Maurice nicht lösen wenn ich jetzt den Markt wechseln das ist richtig ja es kann doch auch den Markt wechseln und ich möchte jetzt auch nicht ohne meinen Freund und Nachbarn den Bayern entscheiden das möchte ich auch gleich an der Stelle betonen enger für sechs Monate Grüße nach München wir brauchen Holz okay also ich finde ich muss ehrlich sagen ich glaube ich profitiere vom österreichischen Markt mehr als ich davon hätte dass Luxemburg zurückkommt oder wie es jetzt heißt Bayerisch Wallonien gebe zu die Eroberung von Luxemburg war vielleicht nicht gänzlich durchdacht weil wir keine Landroute dazu haben aber ja ja dann bleibt ja im Grunde nur Österreich übrig als Helfer im Krieg wo soll ich schon wieder Krieg führen für wen schon wieder diesmal noch immer gegen Frankreich immer noch das gleiche Thema werte Erzherzogin was bringt mir ein Krieg gegen Frankreich da sterben einfach nur Menschen nein es ist euer Erzfeind Preußen ist mein Erzfeind ja aber er ist ein Erzfreund das gibt's doch noch gar nicht so lange das ist auch eine vergängliche Sache Frankreich existiert seit Jahrhunderten und ist seit Jahrhunderten euer Feind also ich investiere seit 17 Uhr in die Freundschaft mit Preußen und Preußen hat einfach gesagt nee interessiert mich nicht und obwohl ich weiter investiere wechselt sich unser Gemütszustand zwischen kalt und feindselig Preußen ist mein Erzfeind da kann ich nichts für und jetzt entschuldigt er sich nicht mal jetzt sind die Berater schuld ach die Berater ja gut ja ich meine also es ist natürlich schon also wenn Luxemburg an Preußen geht und dafür es irgendwie eine andere Kompensation gibt also ich würde gerne Elsass-Lothring haben anstatt Luxemburg und ich möchte auch Elsass-Lothringen haben ja Luxemburg ist quasi der Weg nach Elsass-Lothringen ich habe doch schon die Grenze nach Elsass-Lothringen ich auch aber Württemberg diese anderthalb Millionen Kompensation die würden sich schon gut mit Elsass-Lothringen machen ja aber ich glaube ich habe nicht genug Militär für Kriegs mit Frankreich oder die ewige Träume zugesprochen wurde dadurch dass ich die voll an abgegeben habe ich schließe mich dem an der mir Elsass-Lothringen verspricht und dann bleibe ich da auch in ewiger Träume du hast dich aber ja gerade erst für Österreich entschieden oder ja das war aber nicht also das war ja nicht meine Entscheidung aber 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 das war nicht meine Entscheidung mein Land wäre in den Bankrott gegangen wäre ich nicht in den Markt zu Österreich gewechselt was ist mit der Handschlag-Qualität ich meine wie soll jetzt irgendjemand dir noch noch trauen während du dich da so wie eine Fahne im Wind so wie es dir passt ich meine was und dann ich sehe jetzt gerade eben schon ich sehe jetzt also das ist ja ich sehe das offensichtlich der österreichische Markt plötzlich eine sehr sehr toxische Haltung gegenüber mir einnimmt jetzt ist der Markt schuld okay also höre ich gerade eben jetzt hier aus der Schweiz und es kommt zustimmendes Nicken aus München was mich sehr überrascht aber also also Württemberg was ich noch nicht so ganz verstehe mit dem Angebot was du gemacht hast ewige Treue für den den dir Elsass-Lothring bringt jetzt mal aus preußischer Sicht ja aber warum sollte Österreich sich denn diesem Deal anschließen wenn du eh schon bei ihm auf dem Markt bist das sage ich doch die wollen das ja tatsächlich nicht warum sollte Österreich Krieg mit Frankreich führen wenn Preußen schwächer ist als Frankreich ha also mir fällt übrigens gerade auf also ähm was ja auch eine Möglichkeit wäre ähm das gute Bayerisch-Wallonien ähm an den wertvollen österreichischen Markt anzuschließen ist wenn man das Rheinland erobern würde also für Österreich zum Beispiel das Rheinland erobern unterschätzt die Armee von Preußen nicht ihr habt gesehen was mit Russland passiert ist nachdem die doppelte Mannstärke gegen uns ins Feld gezogen ist und die Mecklenburger und die Mecklenburger die waren natürlich auch dabei ich sag nur Nummer 3 Lebensstandard die Leute aber der Lebensstandard gewinnt keine Kriege die sind hochmotiviert sie wollen ihn verteidigen unser Lebensstandard wird im Rheinland verteidigt in gewisser Weise ja klar ist ja auch unser Markt ich meinte da beziehen wir wichtige Güter Merkt ihr nicht was dort passiert erst wart ihr ihr wart ihr wart treu und und froh auf dem preußischen Markt und dann wurde auf einmal durch ein ein Schachzug von Bayern wurdet ihr von diesem Markt getrennt wurdet ihr in einen anderen Markt gedrängt und jetzt wird euch sämtliche Hilfe entzogen was heißt hier sämtliche also das ist ja wohl wirklich die Höhe ich habe meine Tore geöffnet für alle die in den österreichischen Markt eintreten wollen und von der Stunde wo sie sich noch bei mir bedankt das ist eine Frechheit also wenn wir so weiterreden dann können sie dankbar sein wenn sie im Markt bleiben dürfen ja ich muss auch sagen es ist sehr undankbar gegenüber unseren österreichischen Wohltätern hier was hier passiert ich finde es spannend dass Worte aus Preußen mir angelastet werden also die gemeinsame Nennung der Probleme ist eindeutig Preußen es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten aber die wären also die würden den Konflikt völlig eskalieren lassen also aus meiner Sicht muss das alles nicht sein also aus meiner Sicht könnte man einfach Elsass Lothringen erobern lassen von mir und dann sind alle glücklich außer Preußen ja aber irgendwer muss ja dich erobern lassen ist ja du kannst es ja nicht selbst erobern das ist ja der der Kern des Problems das befürchte ich tatsächlich ja es sei denn ich meine du kannst ja mal probieren ob du irgendwie irgendwen auf deine Seite kriegst der da England oder sowas England wäre möglich also vielleicht auch Russland ja Russland kommt nicht her Russland kommt ja gar nicht her ist hart gegen die französische Armee sind wir mal ehrlich also die französische Armee ist einfach zu stark also die haben halt wenn man jetzt guckt die haben halt 260 plus 349 Bataillone ich komme da auch nicht gegen an also das keine Chance wir sind die zweitgrößte zweitgrößte Macht die wir gerade haben also das kannst du vergessen auch England kommt nicht gegen die an eigentlich müssten doch Preußen und Österreich gemeinsam sich einigen und die Franzosen besiegen aber wozu warum das ergibt doch gar keinen Sinn was hat denn Preußen und Österreich davon ich glaube ja das ist vielleicht mal eine Diplomatie Lektion für Mörp hier dass du noch niemandem glaube ich wirklich irgendwie ein Angebot gemacht hast wie deine ich weiß oder ist das Lothring in irgendwem außer dir oder irgendwas Boris ich weiß meine Strategie besteht darin dass Preußen meine Strategie besteht darin dass Preußen und Österreich sich gegenseitig aufwiegeln und dass irgendwann mal einer aus Trotz mir hilft spannend aber wir haben in ewiger Feindseligkeit ruhig nebeneinander gelebt also ich würde dir jetzt auch einfach anbieten die Rivalität zu beenden weil ich habe sehe jetzt auch nicht wirklich den Grund warum ich jetzt wegen mit dir in den Krieg gehen sollte wegen irgendeinem Land wo ich nicht mal genau weiß wo es ist das interessiert Österreich ja nicht für mich ist ja viel wichtiger meinen Markt weiter zu stärken und vielleicht kann man das ja mit einem guten Handelsabkommen mit Preußen regeln um ein bisschen mehr Stabilität und Sicherheit zwischen den Großmächten in Zentraleuropa zu fixieren das ist im Sinne von allen und die kleineren Mächte können ja weiter ihr Geplänkel austragen Frieden mit Österreich keine Rivalität mit Österreich oh mein Gott mein preußischen Magen wurde kurz schlecht wow also wir werden über dieses ich werde mich mit meinem Berater Briefer über dieses über dieses Angebot beraten und dann würden wir nochmal auf sie zukommen ja gut ich werde es nun wagen ich werde versuchen alleine gegen Frankreich mal ein Diplomatie-Spiel zu starten und zu schauen ob es da jemanden gibt und im Zweifelsfall kann ich es gar nicht mehr machen weil dann ziehe ich halt zurück aber was ist denn die Alternative was wäre denn die Alternative ich meine Alternativ könntest du dich auch einfach dem Markt von Frankreich anschließen wenn du mit dem Österreichischen unzufrieden bist ja aber das hilft mir ja tatsächlich nicht ich muss ja gegen Frankreich Krieg führen also Belgien wäre übrigens dabei warum aber ich verstehe noch immer nicht genau warum du gegen Frankreich Krieg führen musst also weil ich aus Lothringen einfach aus aus irgendeinem Prinzip achso du willst einfach nur größer werden nein das sind süddeutsche äh süddeutsche Bevölkerung die gehören zu meinem Volk hier äussische nein das sind süddeutsche das sind süddeutsche also wenn ich auf eine Landkarte jetzt gucke war das Preußen äh du sollst mir eine Landkarte angucken die aus der Zukunft kommt ich habe aber helserische Fähigkeiten ich habe theoretisch natürlich schon Interesse dass das klappt weil dann kann Luxemburg an den österreichischen Markt angebunden werden ähm aber ich habe ja auch nicht die Stärke Frankreich zu bezwingen leider nicht mehr zu zweit weil die führen immer noch Krieg gegen Spanien da hast du nicht vergessen mhm ist es derart derart wichtig für euch dass ihr sowohl in einen Krieg mit Frankreich geratet als auch gegen preußische Interessen handelt aber ist es gegen preußische Interessen ja Elsass Lothring ist ganz klar im preußischen Blickfeld mhm ja letztlich ist Luxemburg eigentlich auch relativ egal ne also ich habe ein bisschen ein schlechtes Gewissen gegenüber den Leuten die ich halt da überrannt habe und jetzt sind sie von jedem Markt abgeschlossen ähm ja Maurice soll ich dich einladen wollen wir denn ich weiß nicht ich meine Preußen wir könnten auch irgendwie tauschen also ich sage es mal so ich mir ist wenn ihr Elsass Lothring haben wollt bin ich von mir aus fein damit aber dann möchte ich das Rheinland gänzlich haben wenn ich das Rheinland gänzlich habe dann könnt ihr von mir aus auch Elsass Lothring haben jetzt kommt nur die Problematik wie wie komme ich ans Rheinland dran Bayrisch Rheinland macht mal bitte Pause weil das läuft jetzt hier gerade eben schon bei mir durch ich habe nämlich jetzt nicht eingeladen ich verspreche dir auch eine Verpflichtung ähm die einzige Möglichkeit die ich gerade sehe aber warum warum soll ich denn jetzt mich dem ich dem Krieg anschließen ja ihr wollt doch gerade eben irgendwas tauschen habe ich gedacht ja aber das hat Bayern Bayern möchte ich möchte von Bayern gerne das Rheinland haben ach so das geht gar nicht um mich ja dann großartig ja aber da habe ich ja jetzt auch nicht so viel davon wenn ich das Rheinland weggebe dass Mörb hier Elsass Lothringen bekommt wir könnten ja die Sachen tauschen die wir haben ich weiß nicht zum Beispiel das ist doch alles sinnlos es ist einfach Mörbs Wunschtraum und den kann er einfach mal knicken ja so wie es aussieht der weise Friefer hat gesprochen ja deswegen seid ihr mein Berater also ich meine wir haben jetzt hier Belgien und die beiden gegen ach du hast es verlassen okay ja ich habe nachgegeben ich musste ja irgendwann mal nachgeben wenn keiner von euch nachgegeben ja ich führe ja keinen Krieg ohne eigenes Interesse gegen Frankreich ich bin ja nicht so masochistisch aber ich musste es versuchen was ist denn jetzt mit Hannover und dem Markt in Hannover also sonst finde ich Preußen ja der Erdversprechung gegeben unterhältst du nicht und jetzt hey ich habe gesagt ich bin bereit wie die Anfrage kommt ich kann mich dabei nicht einfach anschließen das Problem ist das Spiel bremst dir aus weil die Beziehung nicht herzlich sind also der Haltung ist Mensch bei mir bei dir also ich weiß nicht was das für eine Haltung ist also in den 95 Jahren ne da müsste auch mal eins gelernt sein dass die Spielmechanik manchmal nicht möchte wie man möchte ne wir arbeiten schon dran dass ich dem Markt beitreten kann ich wollte mal fragen was war denn die schlechteste diplomatische Meinung also das ist wieder so betitelt mit herzlich oder schutzbefohlen oder wie das heißt oder sowas oder ansehnlich oder so was war das schlechteste was ihr bisher gesehen habt feindselig oder kalt je nachdem genau also ich hatte bei mir jetzt kalt Preußen war ganz schön kalt gegen mir ja das habe ich mit Preußen auch schon das ist alles sehr unangenehm ich weiß ja irgendwie sind wir ziemlich ziemliche Arschlochmensch ich habe dir das angeboten ne dass wir unsere Rivalität beenden es liegt an dir es liegt nicht an mir das ist die kalte preußische Vernunft da kann man gut mit leben der Pragmatismus genau das verstehen die Österreicher plötzlich missverstehen sie immer wow mein Lebensstandard explodiert 17 also ich war vor ungefähr zwei Jahren noch bei 10 jetzt bin ich bei 14 also letztlich die Steigerung darf gerne so weiter weitergehen Dankeschön immerhin für die 19 Monate ganz viel Spaß hier weiterhin Dankeschön also ich bin immerhin also bei mir ist der Lebensstandard ist wir Bayern bleiben uns treu Lebensstandard Platz 33 auf der Welt Bruttoinlandsprodukt Platz 9 auf der Welt also der Reichtum ist da wir haben immer noch unsere eigenen Ideen wer davon profitieren sollte und wer vielleicht ich sag jetzt mal wo man am besten lebt in der Welt Nummer 1 Westaustralien Nummer 2 Brunei Nummer 3 Mecklenburg Westaustralien zieht mich schon muss ich sagen hat was und er verschweigt dass ich auch in den Top 10 bin wir lesen ja nur die Top 3 vor Dankeschön Ananas für die Zwerone aber immerhin habe ich es geschafft sowohl die Briten als auch die Franzosen gegen mich aufzubringen vielleicht schaffe ich es dadurch dass sie sich vereinen gegen mich und dann habt ihr auch ein Problem wenn die Franzosen und Briten zusammenarbeiten also bei der Alphabetisierung du bist echt jemand der der Welt überhaupt nicht sinnvolles Beitrag kann das sein Österreich hat die Rivalität mit Preußen bekundet was ist da Pia nein beendet ach beendet ah beendet ich habe einfach entschieden ich helfe dem Gedankenprozess von Ranger ein bisschen nach die Preußen brauchen offensichtlich sehr lange um solche Dinge zu bedenken und ich denke mir wütend sein kann ich sehr schnell wieder also habe ich hier jetzt einfach die Rivalität beendet und hoffe dass das ein bisschen positiv aufgenommen wird also also wir müssen auch nicht die schnellsten Denker sein ja um ein Gewähr bedienen zu können muss man nicht die Schule besuchen so ich lade jetzt mal Leute ein hier nach Mecklenburg zu migrieren na ok willkommen es läuft nicht ah jetzt hohe Migrationsanziehung ich habe aber auch ein paar Radikale inzwischen angesammelt aber die Mecklenburger die migrieren die wandern nach Pommern Westpreußen jetzt jetzt kriege ich Einwanderung wo sieht man das äh wenn du auf einen Start klickst und oben auf den Reiter Bevölkerung ah ok oh das hätte ich schon lange machen sollen das ist ja richtig wie macht man das mit der mit der Bevölkerung quasi also dass man dass man Einwanderung erlaubt musst du das gesetzlich erlauben oder wie genau also es gibt halt diese Anziehung Migrationsanziehung ähm die siehst du rechts daneben ja die ist schlecht ja und dann kommt natürlich keiner aber du kannst es ein bisschen ändern durch durch den Erlass äh dieses grüne Wiesen oder wie das heißt grünes Gras ah aber also was halt wichtig ist ist Lebensstandard ähm und politische Freiheiten ok gut die sind bei mir jetzt nicht so gegeben aber der Lebensstandard macht schon rein das 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 Idyll ist auch nur so halb oder wie ja also bitte die den Leuten sind doch politische Freiheiten egal wenn sie schlemmen können das stimmt wahrscheinlich sogar ja deswegen ja auch unsere unsere Freibierpolitik hier die ganze Zeit also ich möchte behaupten dass ich wahrscheinlich die zufriedenste Regierung und Opposition habe die sind immer alle sehr zufrieden aber Leute ja Friedrich Franz ist 95 das muss doch ein Bug sein Bifra hält sich halt fit ja bei uns wenn Reden gehalten werden im Parlament weiß ich gar nicht wer Opposition und wer Regierung ist alle sind voll des Lopes Alter mein Chat ist so frech ne alle 100 Jahre werde ich nach was gefragt und dann sind das so Dinge wie wie sieht es denn eigentlich mit österreichischen Kolonien aus also wer würde denn Kolonien etablieren Preuß bestimmt nicht hast du Kolonien etabliert nein er hat Kolonien etabliert wo bist du weiß ich nicht wie er lügt ich habe auch gar keine Ahnung wie das geht vielleicht bin ich in Kamerun vielleicht was ich habe mich verfahren ich dachte das wäre Bremerhaven ah ja verfahren ich glaube auch aber oh ist das alles stark geworden im Laufe der Zeit jetzt hier am Anfang das waren ja am Anfang alles noch so Stämme oder so ne 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 das ist nur da wo er kolonisiert hat ah ne oh ich bin im falschen Bildschirm ah nevermind genau genommen ich bin Südamerika Ranger aber wie kolonisieren was muss ich machen damit ich dieses Verteidigungs dann kannst du kolonien gründen allerdings solltest du halt diese das gehen wir ein das gehen wir ein sonst braucht der Probe auf jeden Fall ein das ist immer so ein kleiner Kreis der quasi freigeschaltet wird wenn du keine Antimalaria Sachen hast dann brauchst du 300 500 Tage für einen kleinen Kreis also gehen wir ein das kannst du 100 Jahre dauern genau das wir sind jetzt mit Russland sehr ich hab einen Verteidigungspakt mit Russland gestartet ähm und wir haben halt ne Armee von 275 plus 245 und wir haben 250 plus 232 das heißt wir sind damit jetzt stärker als Preußen und theoretisch gesehen theoretisch gesehen noch stärker als Frankreich aber du kannst dich auch beschleunigen ohne Kenin einfach durch das Ausbau theoretisch gesehen und sobald da genügend Leute sind habe ich festgestellt geht das von alleine schneller ja das kann sein also das Kenin ist das Malaria Zeug was ihr gesagt habt ja und Pharmazeutik brauchst du auch dafür ja sonst kann ich das Kenin nicht also erst Pharmazeutik und dann und dann kannst du noch zusätzlich bei Institutionen hinterher in einem Kolonialamt das Ganze beschleunigen also das Kolonialwachstum Menschenrechte aber ich sag mal doch noch was gut Spielzeit ist es eigentlich erst mal jetzt nur ein Kostentreiber ja du hast nur nice to know und einmal zeigen koloniale Ausbreitung habe ich schon als Gesetz drin aber ich wusste halt nicht ganz genau wie ich das jetzt anstelle mit den Interessen und so weiter Polonien ist das ansteckend ich frage aus dem Süden was dafür brauchst du Küste ich habe Küste das nennt sich Bodensee ja wie groß ist die Marine da zwei Fischerboote und ein Papierhut nicht in den Griff den Papierhut drin klappen wenn es nach in die Schwarz geht in der Kolonien die Schweiz fühlt sich von dem Papierhut auch sehr provoziert die haben gesagt wenn ich da jetzt noch ein Gummigeschoss drauf mache dann knallt oder Coppelius habe ich meinen Namen gehört ja ich habe nur gesagt dass du von meiner Bodensee Flotte sehr eingeschüchtert bist das mag sein ich beschäftige mich gerade mit einer kleinen Regierungsumformung und plane noch vielleicht auf den letzten Metern dieses wunderbaren Events aus der Schweiz eine Monarchie zu machen dementsprechend aber ich beschäftige mich gerade mit wichtigeren Dingen was ist denn das statt Eidgenossenschaft ist das dann eine Eidmonarchie über den Namen können wir uns dann noch Gedanken machen wenn es durchgeht schauen wir mal oder warte mal Österreich ist ein Erzherzogtum bist du dann das Flößherzogtum provoziert er hier schon wieder er provoziert hier schon wieder ne vielleicht sollten wir uns gegen Württemberg vereinen ja vielleicht wäre das gar nicht so schlecht ich rede hier gerade mit dem Schweizer das habt ihr gar nicht gehört naja der Hall durch die Alpen ist so laut ich finde Zucker ist viel zu teuer müssen wir mal ausmachen wir haben Zucker ja weil wir es alle nicht selber produzieren können das muss ja importiert werden glaube ich oder ja man kann es selber anbauen und zwar wenn man seine ich habe Zuckerplantagen ja aber das ist nur in Kolonialdingern geht das oder ja ihr könnt auch Zucker anbauen wenn ihr Hockenfilter habt Leute die Zeit steht schon wieder still ne ich drück die ganze Zeit schon auf Tasten das passiert nichts ich verfügte fast dass ich gleich fliege wahrscheinlich aber Leute es ist auch schon kurz vor 0 Uhr oh wow jetzt geht es auf einmal richtig rasch rauf 21. Dezember jetzt wieder da wo wir alle sind das war einfach die Drohung von Mörb gerade ich habe auch Zeit haben für den re-log Moment also aber Roggenfelder können auf Apfelhain und dann Zucker ich habe sogar zu viel Zucker tatsächlich ja dann kommt doch endlich mal in unseren verdammten Markt ich will ja der Wille ist da ich finde das muss noch kommen wir greifen die einfach an dann geht das warte ich könnte also jetzt mal jetzt mal diplomatisch gesprochen könnte ich wirklich für dich den Zwang auferlegen dass du in unsere Zollunion kommst und du müsstest nur nachgeben richtig ja mach das doch ich versuche gerade den Reiter oder geht das doch nicht warte mal und dann Marktöffnung ne Marktöffnung ist es nicht weil da musst du freien Handel nehmen du müsstest mich zur Puppet machen aber das will ich nicht weil ich gerne was erobern möchte ach das ist ja blöd dass man niemanden in eine Zollunion das dürfen sie gerne noch dazu patchen bitte geht das nicht leider nicht schade aber ist das nicht das Protektorat das ist das ja dann bist du ja dann kann er nichts mehr machen dann kann er nichts mehr angreifen und so ach das stimmt nicht guck doch mal was da steht Protektorat äh Diplomatie öffnen da steht Protektorat ähm warte mal Protektorat Autonomes Klientelland das allein Diplomatie beginnen kann äh ich sehe das gerade nicht wo ist das Protektorat du musst über das Wort Protektorat gehen dann siehst du das äh ne ich sehe auch Protektorat gerade nicht bei meinen Diplomatie spielen oh wo ist denn das ok könnt ihr ungefähr sagen wo sich das befindet äh war Österreich begangen ein Diplomatie Spiel Marktöffnung gegen uns äh Entschuldigung ich hab dich vor einer halben Stunde gefragt wie du zu mir stehst und du hast gesagt du denkst wir haben auch gedacht aha so was gehört uns Südtirol natürlich ganz klar was wollen wir noch nimm doch nicht Südtirol das ist doch viel zu weit entfernt da kommst du gar nicht ab aber Südtirol ist ein schöner Urlaubsort Quatsch nimm Böhm und Möbel ähm ähm wie positioniert sich Bayern in diesem Zusammenhang äh Bayern ist Österreich treu verbündet dann werde ich das auch sein so schnell geht es mir da so schnell stellt sich Württemberg gegen diese anderthalb Millionen und diesen Krieg den wir durchgeführt haben ja das ist die beste Möglichkeit diese Schulden loszuwerden irgendwie mobilisiert man jetzt Militär theoretisch ich hab das noch nie gemacht was muss ich machen das 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 okay ich bin doch auf der Seite von Preußen du hast ein Militärreiter links ja einfach alle Generäle mobilisieren ist das das was ich suche alle mobilisieren gegen Preußen musst du alles mobilisieren also du brauchst auf jeden Fall genügend Generäle um diese ganzen Fronten abzudecken und das siehst du ja gleich wo über alles bei dir die Meldung kommt Fronten die ungesichert sind ähm und du brauchst halt mindestens genauso viele Generäle die müsste ich haben eigentlich boah darf ich ganz kurz auf eins stellen das ist gerade sehr viel auf einmal nur dass ich mal einmal oder beziehungsweise Maurice müsste das machen weil das ist gerade neu alles jipp auf eins so ähm genau wir haben ja erstmal hier noch das Diplomatie Spiel das jetzt mit Norddeutschland gestartet ist und du hast jetzt schon einen zweiten Reiter irgendwo gestartet oh Gott das ist ja das ist ja gut dass ich jetzt noch sowas zum Schluss gestartet habe oh das ist ja gut dass hier gerade mal eine Front das kann man ja leicht halten ich sehe hier ehrlich gesagt gar keine Möglichkeiten mich Österreich anzuschließen ich habe auch geschaut leider nein so weil ihr dort kein strategisches Interesse habt aber das müsste ja weil das aber ich kann zum Beispiel warum könnt ihr nicht also wo wo wäre die Möglichkeit weil du dort ein strategisches Interesse hast wenn du auf wenn du auf diesen Krieg klickst und dann auf Gefolgschaften und dann müsstest du links den Daumen bei Österreich anklicken können den Krieg anklicken ich bin jetzt unten in der in der Militärlinse und sehste die Fronten Diplomatic Play musst du anklicken wieder die Hand sich reicht die Lupe das wird mir gar nicht angezeigt das Diplomatic Play mir auch nicht dann habt ihr doch kein strategisches Interesse in der Runde das kann ich werden aber das man müsste ja auch nicht tun so und wie weiß ich jetzt meine Generäle der Front vor Front verteidigen quasi ja du willst glaube ich aber nicht verteidigen ja ich bin gerade also ich habe ja sehr viele Generäle aber ich habe meine meine was gerade passiert Plop-Leiste ist vor meinen Generälen das ist gerade ein bisschen schwierig ja du musst halt Teile der Generäle zur Verteidigung und wo du verteidigen willst und da wo du angreifen willst musst du sagen geht in die Offensive Ranger also du hast jetzt so viele Kriegsele zugefügt dass wir das niemals zu Ende spielen können und auch noch Südtirol Lombardei was soll denn das wie willst du da hinkommen du hättest einfach mal für den Böhm nehmen sollen und hätten wir den Sau denn ich muss schon nicht haben die Erde ist der Lack aber nein du machst das komplizierteste was man in diesem Krieg machen kann also wenn dann wir so eine Herausforderung haben wie willst du da hinkommen er vertraut offensichtlich sehr seiner militärischen Stärke natürlich wenn ich sehe dass Bayern mit 45 Armeen dort steht da gibt es ja noch wie leide wie leide guck mal ob du uns vielleicht einladen kannst ja ich bin gerade ich versuche gerade ich führe meinen ersten Krieg gerade ich bin maßlos überfordert mit allem weil ich komme gerade nicht nach weil ich gerade überhaupt keine Übersicht mehr habe also das Wichtige ist jetzt erstmal bei sobald es in dieser komischen unteren großen braunen Phase von diesem Kreis ist da kannst du ja dann diese diplomatischen Moves machen da bin ich noch gar nicht Moment da bin ich noch gar nicht ich bin immer ich habe so viele Generäle ich bin immer noch am Generäle zu weisen nee nee ich will dir bloß sagen das läuft halt ab und wenn du das ablaufen lässt also die Generäle kannst du auch am Ende noch einsetzen theoretisch in der letzten Phase ähm wichtig ist jetzt sobald diese große braune Phase ist dass du dann halt Verbündete holst da kannst du vielleicht zum Beispiel auch Frankreich noch fragen ob sie mitmachen achso das ist dieses ich schaue gerade das ist die Eröffnung gerade das ist Hannover gegen Oldenburg das ist was anderes Hannover ist auch noch am Start Diplomatieschachzüge Verteidigungs äh Dings Bomster Bayern ist auf äh ist beigetreten du hast halt einen Angriffskrieg gemacht kein Verteidigungskrieg ah deswegen also guck mal ob du mich aber Russland steht schon es neigt zu Österreich ist komisch eigentlich ne die mögen mich sehr und die mögen Preußen wenig ja aber das reicht unter Umständen nicht ganz also das Neigen reicht dann nicht ganz es kann auch sein dass die von alleine noch entscheiden dass sie reinkommen aber das ist nicht garantiert Leute es ist ein bisschen klimatisch jetzt diese Aktion fünf Minuten vor null Uhr zu starten dann auch noch diese Kriegsziele rein zu hauen ja ich kann nichts für die vielen Kriegsziele das war nicht meine Idee ich hab nur die Markt den Markt ich wollte nur den Markt öffnen ich wollte keinen Krieg führen ich war das nicht wo ist das irgendwo her irgendwie schließt sich gerade der Geist wie ich da erkenne ich wollte nie Krieg führen ich wollte nur ich hätte jetzt aber schon noch gerne meinen Krieg geführt ist das nicht irgendwie arg dass die zwei Österreicher in der Runde genau das gleiche machen und sagen ich wollte ja eigentlich keinen Krieg führen ich wollte den Markt öffnen ist das nicht irgendwie ich weiß nicht ja aber ich hab ja auch keinen Krieg gestartet Preußen hat den Krieg erklärt ich auch nicht ich hab keinen Krieg erklärt ne ne natürlich also wenn du wenn du den Markt öffnen willst dann stellst du mir quasi ein Ultimatum du öffnest den Markt oder ich oder du startest den Krieg aber der Krieg ist halt schon frei Preußen denkt rein hat Preußen gerade eingelenkt ja warum weil ein wirklich das wäre es wäre ein Unfall es wäre wir würden jetzt eine Stunde diesen Krieg da machen ja er würde ewig dauern ja das ist ein Riesenkrieg was hat Preußen idiotische Kriegszene definiert wenn ich das mal so sagen darf na hallo das war eine Urlaubsgebiete die wir definiert haben voll gut das waren Urlaubsgebiete so dann werden wir noch mal gucken das heißt nächstes Mal starte ich meinen Krieg ein bisschen früher ich hab's verstanden dieses Mal starte ich in um 23 Uhr aber was bedeutet die Marktöffnung eigentlich also die ich bin im Freihandel jetzt ja deswegen Leute wollte ich ja noch den Krieg um Frankreich führen da wäre die Zeit noch gewesen ja aber Frankreich hat mir nichts gebracht hättest du mir vorgeschlagen Krieg gegen Preußen zu führen hätte ich ja zugestimmt ja aber du hättest ja auch den Markt nach Frankreich dadurch öffnen können das hättest du ja auch als Krieg aber gut ich hab's vergessen dass man das machen kann in dem Moment ich war sehr abgelenkt von dem Streit zwischen Österreich und Preußen der plötzlich über meinem Kopf hinweg fegte und beide dann immer aber gleichzeitig auf mich drauf gehauen haben du böses kleines Württemberg also der einzige Gedankengang den ich tatsächlich hatte ist ich wollte eigentlich einfach nur in der Gesamtweltrangliste vor Preußen beenden und ich hab gesehen dass die Zeit abläuft also hatte ich Stress und dachte mir ich mach jetzt noch Stress ich gebe den Stress einfach weiter also ich muss mal hier aber festhalten Bayern hat sich jetzt immerhin auf Rang 8 in der Weltrangliste und Mittelmacht hochgekämpft wir sind das neuntreichste Land der Welt der Lebensstandard ist immer nur noch Platz auf 19 ähm aber leider hab ich tatsächlich jetzt ich glaube der neue schöne freie Markt hat sogar wiederum leider das Freibierunterfangen nochmal ein bisschen verkompliziert weil jetzt wieder noch eine höhere Nachfrage nach Spirituosen da ist die sind immer noch teuer ich baue wirklich seit einer halben Stunde Lebensmittelfabriken die sich auf maximales Alkoholbrennen spezialisieren ähm ich baller wirklich so viel Bier in die Welt wie ich kann leider ist es mir heute nicht gelungen Freibier für alle auszugießen aber ich hab immerhin sehr viel Bier in die Welt gebracht also ich seh mich jetzt auch also einigermaßen hat das schon geklappt glaube ich also bei mir mit der Schokolade hat das leider ja auch überhaupt nicht funktioniert abgesehen davon dass ich noch keine Schokolade entdeckt habe aber das ist sei mit dahingestellt aber und ich hab's vorhin in kleiner ähm Handelszone oder Handelsunion Runde ja auch schon angesprochen eine Sache auf die bin ich wirklich stolz ich bin tatsächlich oder die Schweiz ist tatsächlich die Nummer 1 weltweit und zwar was die Alphabetisierung angeht wir haben 75,22% der Leute die bei uns lesen und schreiben können und wo seid ihr was sind eure Werte ich hab die Schule abgeschafft was haben wir denn auch davon wenn die Bauern lesen können ja eben meine Leute können ich hab nur 43% die schreiben können aber falls ihr euch erinnern könnt war ja meine große Problematik waren die Radikalen wir sind gerade an einem Punkt 130.000 Radikale pro Monat ab also zu entradikalisieren und als Gegenfraktion zu den Radikalen habe ich mich mittlerweile auf über 1.000.000 Loyalisten gesteigert und damit fühle ich mich ziemlich sicher ich würde sagen bevor jetzt alles hier den Bach runter geht pausieren wir mal ey 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 ist aber jetzt Steinwein nee nix da also an der Stelle sage ich natürlich ich weiß warum er es getan hat dann sage ich nämlich auch ganz ganz kurz was Phasis ich bin nämlich gerade eben dabei auf Platz 5 zu sein was den Lebensstandard weltweit angeht und in absehbarer Zeit wäre ich wahrscheinlich an Steinwein vorbeigezogen ich bin auf Platz 14 der Prestige Weltrangliste und habe das ist mein drittes Achievement mein Bruttoinlandsprodukt seit Spielbeginn verachtfacht Achter mal Steinwein jetzt 20-fach okay aber du hast auch mehr Länder inzwischen als ich also ich möchte betonen ich arbeite mit zwei Ländern ja also aber Steinwein jetzt mal gestehe mal was was sorgt dich gerade warum die plötzliche Pause die Pause wir sind nun sehr verdächtig Steinwein vielleicht möchtest uns der Chat erzählen von Steinwein ich habe den Chat offen ich lese jetzt lieber Steinwein-Chat wer petzt oh ja das finde ich gut das ist der Grund hier ich mache den auch auf ich mache jetzt auch mal den Steinwein-Chat auf hi Steinwein-Chat ihr seid gute Leute was geht ach er hat einen Krieg nur ein kleiner Krieg er ist ein Krieg von Niederlage gegen mich Mecklenburg hört in 20 Tagen auf zu existieren wird hier geschrieben die Wahrscheinlichkeit ist dass er zur Pappel von Russland wird ist recht hoch gerade oh aber das ist egal weil der nicht nur bleibt effekt passend um 0 Uhr hat Steinwein sich noch retten können also Steinwein hat einfach die Geschichte das Geschichtsbuch an der Stelle geschlossen wo es uncool wurde naja ich wollte halt den Hannoveranern das nicht einfach durchgehen lassen die Oldenburger heim in das Hannoveranische Reich zu führen weil die Hannoveraner es nicht hingekriegt haben bis 0 Uhr zumindest dem preußischen Markt beizutreten der Versuch war da der Wille war da aber es ist also es war eine sehr spaßige Runde will ich jetzt mal an der Stelle auf jeden Fall sagen das hätte über Spaß gemacht oh ja Leute ab Dienstag könnt ihr selber auch noch mit hier rein spielen da wird es für euch alle released werden also ich freue mich darauf wenn wir nochmal irgendwann eine Multiplayer-Runde machen es war sehr spaßig wenn wir jetzt aber hier schon mal schamlos kommen bei euch alle hier haben wer von euch hat jetzt alles noch Content auf dem Weg zu dem Spiel weil viele von euch sind ja auch auf YouTube groß unterwegs und alles was können denn die versammelten Chats all dieser Leute hier noch jeweils von euch erwarten die Tage wer fängt an dann fange ich mal an einfach ich mache ein Belgien-Let's Play und Maurice du weißt es vielleicht ich bin morgen Abend bei deinem Kollegen Jules bei mir auf YouTube gibt es zwei Let's Plays einmal mit dem japanischen Shogunat und einmal auch mit Hannover und dann nebenbei ein paar Tutorial-Videos Hannover sehr zu empfehlen übrigens auch als Anfänger ist gut ich mache ein USA-Let's Play oder Preußen ich bin mir noch nicht ganz sicher aber dass wir dann auch ab Dienstag kommen ich bin morgen ab 18 Uhr im Stream mit dem Kirchenstart und werde den Chat entscheiden lassen ob wir den Papst absetzen oder mit dem Papst irgendwie die konservative katholische Wende einleiten das ist morgen ab 18 Uhr und ab Dienstag gibt es ein Let's Play ein Tutorial-Let's Play mit Schweden und kleinere Tutorial bei mir ist es so, dass ich hier gestehen muss dass ich hier im Vorhinein ja öfters gefragt worden bin ob ich Victoria 3 so spiele die hat gesagt ja ich weiß nicht das Mittelalter-Historiker so 19. Jahrhundert wird schwierig und ich bin wahnsinnig froh dass ich da heute dabei sein habe können weil mir hat das Spiel jetzt wirklich viel Spaß gemacht ich bin heillos überfordert aber es ist wirklich so dass ich mir denke ich will wissen wie diese Verbindungen also diese Methoden zu kennen und die Mechaniken zu kennen dass ich sofort gegensteuern kann wenn ich es schon irgendwo wieder erkenne das ist ein Problem also dieses lösungsorientierte Arbeiten deswegen wäre ich ganz sicher jetzt in der nächsten Zeit wahrscheinlich relativ viel dieses Spiel dann auch tatsächlich auch streamen wann das dann genauso stattfindet wird sich dann auch zeigen aber da wird es jetzt in der nächsten Zeit sicherlich mehr bei mir geben auch Ach sind jetzt alle schon durch? Pia du hast doch bestimmt was gibt es bei dir? Achso also wir werden auf jeden Fall vom heutigen Stream werde ich auf jeden Fall ein schönes Best of Moments hochladen auf meinem YouTube Channel für alle die es verpasst haben damit sie sich die besten Momente nochmal anschauen können ohne sich dabei sieben Stunden Gameplay anschauen zu müssen um viel lachen zu können und dann werde ich mich diese Woche dran setzen dieses Spiel auch actually zu lernen damit ich dann nächstes Mal wenn wir uns hoffentlich alle wieder begegnen als Österreich-Ungarn auftrete und auch wirklich eine Gefahr für alle anderen bin das heißt bei mir steht Spiellernen auf dem Programm mit dem Stream gemeinsam von Null weg damit wir dann ja vielleicht nächstes Mal also ich bin schon stolz dass ich nicht zerfallen bin das macht mich schon glücklich nächstes Mal wollen wir vielleicht auch noch richtig wachsen just mal Bis zum nächsten Mal.